So, bereit für Teil 2 mit Henning Fritz, unserem Weltmeister von 2007, dem Welthandballer von 2004 und so weiter und so weiter. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liqui Moly HWL. Mein Name ist Florian Schmitz-Sommerfeld, kurz Schmiso, Handballfußballkommentator bei Sky. Und mit Henning Fritz bin ich wirklich seine ganze Karriere nochmal durchgegangen. Die Anfänge in Magdeburg, wo er sagt, es war eine Ehre, dort auserwählt zu werden, gefördert zu werden. Damals ja noch in der DDR und ich war bereit, da zu dienen. Die große Zeit dann in Kiel als Weltmeister, dann noch zu den Rhein-Neckar-Löwen, wo es nicht für die großen Erfolge gereicht hat. All das gehen wir nochmal durch. Und die Karriere von Henning Fritz, das ist echt eine Achterbahnfahrt der Gefühle, so klischeehaft das klingt. Der hat die höchsten Höhen erlebt. Wer erinnert sich nicht an Olympia 2004, als er alle spanischen sieben Meter hält. Keinen reinlässt und davor übrigens noch einen lässigen Plausch mit den spanischen Keepern hält. Die werden sich auch was gedacht haben. Dann natürlich der ganz große Triumph. Das gefühlt perfekte Spiel gegen Frankreich, so sagt er es heute, das zum WM-Titel 2007 im Endeffekt geführt hat. Unglaublich emotional dann im Handball-Tempel von Köln, wie er erzählt. Er kennt aber auch die Schattenseiten. Wechsel von Magdeburg nach Kiel. Nicht ganz geräuschlos. Problem, wenn ein Eigengewächs nicht so die Anerkennung kriegt, die es eigentlich verdient hätte. Und natürlich der Tiefpunkt seiner Karriere, der Burnout. Als er sagte, wir waren laufend im Stadion, das war eine absolute Katastrophe. Und danach konnte ich den Ball nicht mehr fokussieren und habe gemerkt, da stimmt einfach irgendwas nicht. Außerdem, wie ist Henning Fritz eigentlich ins Tor gekommen? Ein Hallenproblem in Kiel, was ihn viel, viel Geld gekostet hat. Wie der THW so unfassbar gut geworden ist und welche deutschen Torhüter würde er eigentlich zum nächsten Turnier mitnehmen? All das hört ihr in Folge, nein, in Teil 2 der Folge Hand aufs Harz mit Henning Fritz. Viel Spaß! Ja, ich weiß gar nicht so recht, wo man da überhaupt anfangen soll, weil es über deine Karriere so viel zu erzählen gibt. Aber vielleicht machen wir eben einfach den Start bisher gebürtiger Magdeburger. Da denkt man natürlich direkt an den SCM. Aber du hattest davor noch andere Vereine in Magdeburg, wo du angefangen hast, Handball zu spielen. Ja, also direkt beim SC Magdeburg konntest du ja nicht beginnen, weil zu DDR-Zeiten war es so, dass du über die Sportvereine aus den Bezirken Magdeburg und Halle delegiert wurdest. Das waren Trainingszentren nannten die sich, die dann schon, ich sag mal, leistungsorientiert trainiert haben. Ich hatte es schon mal angedeutet. Ich habe mit 10, 11 Jahren viermal die Woche trainiert. Das ist echt ein Brett, oder? Ist das eigentlich heute immer noch so? Also eher selten, möchte ich sagen. Ich glaube, es gibt wenige Vereine in dem Altersbereich, die viermal die Woche trainieren. Es gibt viele, die mit Sicherheit aufgrund der Vielfältigkeit der Sportaktivitäten vier bis fünfmal die Woche trainieren. Aber dann vielleicht Fußball, Handball, Tennis, ja, wie auch immer. Und viermal die Woche jetzt nur Handball zu trainieren, ich glaube, das gibt es heute mit elf, zwölf Jahren, glaube ich, eher selten. Ja, aber wie gesagt, mir hat das Spaß gemacht. Und es war halt so, aus den Trainingszentren aus den Bezirken Magdeburg und Halle kamen dann alle, also die Trainer jeweils mussten mindestens zwei Spieler aus dem Altersbereich dann zur Sichtung zur Verfügung stellen, die gewisse Kriterien erfüllt haben. So, und da war ich aus meinem Verein, ja, halt einer von zweien. Und dann sind wir halt zu der Sichtung hin, da musstest du dann, ja, klassisch Sprint, Slalom laufen, Turnübungen machen und, und, und. Und war eigentlich aus allen Trainingszentren aus den Bezirken Magdeburg und Halle ein Torhüter von zweien, die dann im Jahrgang 1974 zur Sportschule zum SC Magdeburg delegiert wurden. Also deswegen dieses Wissen, also da schon mal eine erste Selektion durch erlebt zu haben, war schon was Besonderes. Also du warst damit privilegiert, du warst damit was Auserwähltes und das war natürlich zu DDR-Zeiten was ganz Besonderes, ja. Und deswegen, ich weiß auch noch, mein Vater, der war da sehr, sehr stolz und, ja, für mich natürlich auch eine große Ehre. Und das bedeutete dann, ja, zweimal am Tag zu trainieren und zwischen den Einheiten entsprechend die Schule zu absolvieren, ja. Und damit war natürlich der erste Weg, entsprechend eine gewisse Karriere zu erlangen, gemacht. Aber das Denken, dass ich mal ganz oben landen würde, das war zu DDR-Zeiten eigentlich nicht gegeben, weil, du musst dir vorstellen, ich hätte ja entweder besser sein müssen als die Torhüter, die vor mir waren, aus den ganzen Jahrgängen. Also es war ja noch 88, hat ja Wieland Schmidt aufgehört nach der Olympiade mit Handballspielen. Dann gab es einen Gunnar Schimmrock, der auch Nationaltorhüter war. Und alle Jahrgänge, die vor mir waren, die hätte ich entweder überstehen müssen oder hätte besser sein müssen als die. Und ganz ehrlich, mit 14, 15 Jahren war das eigentlich nicht realistisch. Also das war, ja, und dann kam, also 88 bin ich zur Sportschule und dann kam halt 89, 90 die Wiedervereinigung. Und ganz viele Torhüter, die dann vom Alter vor mir waren, sind dann Richtung Westen gegangen, um hochklassig mit dem Handball ihr Geld zu verdienen oder eine Berufsausbildung im Westen dann auch nochmal zu machen. Ja, und dann war ich mit dabei der nächstjüngste, in dem sie Talent gesehen haben und habe dann 1992 meinen ersten Vertrag bekommen. Mit Berufsausbildung und allem, habe dann meine Berufsausbildung gemacht und hatte dann auch viel Zeit zwischen den Einheiten, viel zu trainieren. Kann mich daran erinnern, dass Ingold Wiegert ein Jahr lang, als er Cheftrainer war, jeden Mittwoch eine Stunde nur individuelles Training mit mir. Ja, und das hat mich gefühlt wirklich so nach oben gebracht, diese eine Stunde individuelles Training, dass ein großer Schritt für meine Karriere war. Und ich hatte natürlich Trainer mit Hartmut Krüger, Ingold Wiegert, Lothar Döring, die dann auch stark auf mich gesetzt haben. Ja, und mir viele Spielanteile frühzeitig schon gegeben haben, in denen ich lernen konnte und viel Erfahrung sammeln konnte, ja, auf diesem absoluten Spitzniveau. Und hatte dann auch das Glück, 1994, mein erstes Länderspiel, dann auch noch in Magdeburg zu absolvieren. Ja, und damit war ein nächster weiterer Schritt in der angehenden Karriere gesetzt, um dann Schritt für Schritt sich weiterzuentwickeln. Aber, also ich meine, die waren sicher auch alle talentiert und haben ja vielleicht auch ihre Wege gemacht. Aber wieso, glaubst du, du hättest auf sportlichem Wege, wenn auch vielleicht etwas langsamer, aber nicht an diesen ganzen, von denen du gerade gesprochen hast, die dann in Westen abgewandert sind, warum hättest du die nicht auch so überholen sollen? Ja, ich glaube, dass die Achtung und die Wertschätzung vielleicht auch in dem Alter so groß war, dass ich gesagt habe, oh, guck mal, was die schon können. Du musst ja immer sehen, die Entwicklung, die Entwicklung in einem Jahr ist ja in dem Alter so groß, dass wenn du als 15-, 16-Jähriger auf die 17-, 18-Jährigen guckst, sagst du, ach Gott, was die schon können und wie die und hier und da, dass man in dem Moment… Das sind ja quasi schon die Erwachsenen so. Ja, ja, genau. Und dass ich dann selber gesagt habe, okay, das ist ja gar nicht möglich oder einfach, ich hatte da eine sehr große Wertschätzung gegenüber. Und interessant war natürlich dann, dass ich, jetzt lass mich kurz überlegen, 92, ja, so mit 18, 19 meine ersten Einheiten und dann auch schon Spieleinsätze bekommen habe. Das ist natürlich mein erstes Training, die ersten Einheiten bei der Bundesliga-Mannschaft, habe ich natürlich keinen Ball gehalten, weil das war so schnell und so fest, da habe ich gar nichts gesehen. Aber du hast gesehen, wenn du da hin willst, musst du vielleicht das und das tun und habe dann bei Gunnar Schimmrock, Jens Körbis war damals einer der Torhüter, der kam ja aus Leipzig dann, konntest du dir einfach Sachen abgucken. Ja, und ich habe jetzt nicht versucht, irgendjemanden zu kopieren, sondern einfach mal zu gucken, okay, was macht der und der. Ja, vielleicht ein gewisses bisschen mehr Gelassenheit mit den jeweiligen Situationen, dort etwas gelassener umzugehen. Ja, und dann hat sich das einfach Schritt für Schritt entwickelt. Und wenn du dann, und das ist ja wieder das Entscheidende, mit mehr Selbstbewusstsein in die Situation gehst, agierst du auch ganz anders. Wenn du ängstlich bist, ja klar, dann wirst du keinen Ball halten. So, aber dann wirst du ein bisschen akzeptiert von den Jungs und dann wächst du da langsam rein. Und so hat sich das eigentlich für mich Schritt für Schritt so langsam entwickelt. Ja, und da hat dann die Furcht oder dieser große Respekt, also den Respekt hatte ich trotzdem, aber diese Ehrfurcht davor, so wie der Hase vor der Schlange, glaube ich, sagt man, das ist dann so ein bisschen verloren gegangen, was aber auch notwendig war. Du bist schnell selber die Schlange geworden. Ja, ja, irgendwann ja, genau. Und wie haben die Älteren da so drauf reagiert, wenn da so, dann bist du ja schon mit 20 Nationaltorhüter geworden, mit 18 Profi-Vertrag. Das ist ja manchmal für die Älteren, die schon ihre Position innehaben, die kriegen ja vielleicht auch ein bisschen Muffensausen und haben nicht so Lust auf den Jungen, der da auf einmal angebraust kommt. Also du musst dir vorstellen, ich habe eben 92 angesprochen, das war kurz nach der Wiedervereinigung. Großteil der Spieler noch natürlich aus der ehemaligen DDR. War ganz klasse Hierarchie. So, der Junge wurde gedrückt natürlich, ja. Das war aber für mich, ich habe das nicht als eine Form der Demütigung empfunden, sondern das gehörte einfach dazu. Ja, du hast als Junge erst mal, wie in einer Berufsausbildung, erst mal zu dienen. Ja, das heißt, Bälle tragen, da werden natürlich Späße über dich gemacht und, und, und. Aber ich habe das nicht als große Demütigung empfunden, weil ich einfach meine innere Haltung dazu war, okay, ich bin der Junge, ich bin dankbar, dass ich hier dabei sein darf und ich will lernen. Ja, und ich glaube, dass einfach mit zunehmender Leistung, die ich dann mit eingebracht habe, sich dann deren Sichtweise, also im Endeffekt musst du dir den Respekt erarbeiten. Und ich glaube, dass es mir dann gelungen, einfach durch Leistung, ja. Wenn die Jungs eine entsprechende Leistung von dir sehen, dann akzeptieren die dich auch. Und ich glaube, dass es für viele natürlich nicht einfach war, weil es ihnen dann vielleicht nicht gelungen ist, diese Leistung zu bringen. Natürlich ist im Spitzensport jetzt auch nicht immer alles gerecht, ja, so dass sie dann gewisse Ungerechtigkeiten erlebt haben und dann natürlich diesen Weg vielleicht nicht gehen konnten. Deswegen, ja, einfach, und das ist ja auch noch das, was ich heute gerne versuchen möchte zu vermitteln, es hat eine gewisse Form von Respekt. Du hast erstmal zu dienen und dir den Respekt der anderen zu erarbeiten. Ob man jetzt als Alter den Jungen wirklich so, das ist vielleicht noch eine Form der alten Situation gewesen, aber ich glaube, das war Ost wie West. Ich glaube, da wurden auf beiden Seiten die Hierarchien sehr, sehr stark gelebt. Und es war zu der Zeit so, ich halte trotzdem von Hierarchien eine ganze Menge, auch wenn man die vielleicht nicht mehr so ganz hart ausleben muss, aber eine gewisse Form des Respekts. Ich glaube, der ist sehr, sehr wichtig, aber das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit, ja, klar. Ich habe, witzigerweise sagt, Pommes, der ja nun nicht aus der DDR, sondern wie du sagst, aus der Westschule oder wie man es jetzt nennen will, kommt, der hat auch hier bei Hand aufs Harz mal gesagt, er findet das schade, er findet das nicht gut, dass so Hierarchien komplett verflachen und man da gar nicht mehr drauf setzt. Wünschst du dir auch so ein bisschen eine Rückkehr zu diesem Weg? Wünsche kann man äußern, ja. Es ist ja die Frage, die Gesellschaft verändert sich ja ständig. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ich glaube, dass die Hierarchien durch die ganze Gesellschaft, durch Immigration und, und, und sich ja vieles verschiebt und verändert. Ja, und deswegen zu sagen, ich wünsche mir diese Zeit zurück, man, dann würde ich jetzt wirklich schon reden wie die ganz Alten, ich wünsche mir die Alten Zeit zurück. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Form der Entwicklung und eigentlich ist Natur, also ich glaube, dass Natur, und das kann man ja beziehen in allen Bereichen, ob Sport, ob Medizin, ob Lernen und, und, und. Und die Natur macht aus meiner Sicht eigentlich alles richtig. Und in der Natur gibt es eigentlich auch noch eine Hierarchie. Nehmen wir mal den Löwen, der Stärkste setzt sich durch und der Stärkste gibt den Ton an. So, jetzt sind wir Menschen höchstwahrscheinlich, ich hoffe, es ist mal ein bisschen weiterentwickelt als jetzt vielleicht der Löwe oder manches Tier. Manche ja, manche nein, möchte ich jetzt sagen. Genau, wir lassen das so im Raum stehen. Dass wir natürlich zwischen diesen Bereichen noch unsere menschlichen Fähigkeiten mit einbringen. Also ich glaube, das menschlich sein, das ist ein wichtiger Part. Aber Hierarchien zu haben, das gibt ja auch eine Form von Sicherheit. Wenn ich weiß, wo mein Platz in dieser Gruppe ist, das ist ja im Kleinsten bei der Familie so. Wenn ich meine Rolle kenne in der Familie, das gibt mir ja Sicherheit. Für ein Kind gibt es ja nichts Schlimmeres, als wenn ich nicht weiß, wo ist meine Rolle. In dieser Gruppe. Das gibt ja auch Unsicherheit. So, deswegen halte ich die Form der Hierarchie, unabhängig davon, wie hart man die lebt, eigentlich für eine Grundvoraussetzung, um Rahmenbedingungen zu schaffen, erfolgreich zu sein. Weil wenn ich irgendwo hinkomme und ich weiß, okay, ich bin ein Teil dieser Mannschaft, ich kenne meine Rolle, ich habe meinen Platz und diesen Platz fülle ich zu 100 Prozent aus. Perfekt. Ich nehme jetzt das Beispiel eines, bei einer guten Mannschaft, des Auswechselspielers. Und vielleicht, wenn wir von 14 Spielern reden, die Nummer 14. Der kommt vielleicht im Spiel manchmal nur zwei, drei Minuten rein. Das kann aber der Entscheidende sein. Das kann sein, der kommt rein und die Aufgabe ist, vielleicht keinen Fehler zu machen oder einen Topspieler der gegnerischen Mannschaft auszuschalten, indem der keinen Ball bekommt. Dann hat der einen ganz entscheidenden Teil zum Erfolg beigetragen. Und wenn man das kommuniziert und lebt und ihm auch dieses Gefühl gibt, das ist deine Aufgabe und wenn du die erfüllst, dann hast du einen ganz wichtigen Teil zu diesem Erfolg beigetragen, das zu kommunizieren, zu leben. Das ist wichtig. Und daran siehst du mal, dass es natürlich nicht nur immer die sind, die zehn, zwölf Tore machen, sondern dass jeder, wenn jeder sein Teil, den der Trainer oder die Mannschaft für ihn vorsieht, zu 100 Prozent leistet, ist jeder extrem wichtig. Das geht aber wiederum nur, wenn es aus meiner Sicht eine gewisse Hierarchie gibt. Bei den Amerikanern ist das ja sehr stark verbreitet, weil man da ja wirklich so sehr stark in Stars und dann vielleicht noch die Spieler, die auf dem Weg dahin sind. Und dann gibt es ganz klar die Rollenspieler, wo jeder weiß, der hat das und das zu machen, aber bei dem geht es, da verlangt auch keiner, dass der jetzt im Basketball 30 Punkte macht, ist überhaupt nicht die Rolle. So sieht es aus. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das in dieser Serie, jetzt machen wir wieder Werbung für den großen Basketballer, aber er ist natürlich der Mannschaftssportler aus meiner Sicht, den es je gab, habe da auch großen Respekt und kann mich so ein bisschen an die Zeiten erinnern, als einige Kollegen nachts aufgestanden sind, um diese Spiele zu sehen. Namentlich Stefan Kretschmann oder wer war das sonst noch? Hey, du bist so gut im Erraten, außergewöhnlich. Ja, ich glaube, der Kretschmann und der Blackie, die waren ja große Fans. Ah, Blackie auch. Ja, ja, genau. Und die sind ja dann teilweise nachts aufgestanden und haben sich die Spiele angeguckt. Und ich denke mal, dass er das genauso schildern würde, dass es namentlich, ich meine gut, aus der Generation waren alle namentlich bekannt, aber dass manche jetzt vielleicht nicht so diesen ganz großen Anteil daran hatten in Form von Punkten. Aber dass die Aufgabe, die sie hatten, dann auf dem Feld zu sein, wenn sie die zu 100 Prozent erfüllt haben, dass sie einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Und wenn du mal siehst, wie eng das dann auch beim Basketball ausgeht, wenn dann einer vielleicht vom Gegner einen Ball wegnimmt oder den besten Spieler kalt stellt oder ihn zu einem Fehler zwingt, dann hat er einen ganz wichtigen Teil zum Erfolg beigetragen. Ja, so ist es. Ja, aber es ist echt, diese Doku, ich kann es wirklich nur empfehlen. Das machen wir jetzt noch ein letztes Mal, The Last Dance, wer es noch nicht gesehen hat. Es lohnt sich einfach. Springen wir bei dir nochmal kurz, jetzt müssen wir nochmal in die Zwischenreihen sozusagen, in die Zeit. Mir wurde hier, habe ich von meinen vielen Informanten bekommen, du warst bei einem Handballcamp, als du zehn warst. Und da hat der Trainer nach Abschluss schon zu dir gesagt, aus dir mache ich einen Nationaltorhüter. Ja, also ich habe ja begonnen in einer Schul-AG mehr oder weniger. Klassenkamerad hat mich mitgenommen, kleine Gruppe, keiner wollte ins Tor, ich gehe rein. Und der Trainer hat halt gleich einen Talent. Warst du damals der Dicke oder wie kam das? Ich war immer der Dicke ins Tor, das passt zu dir eigentlich nicht. Nein, ich weiß, dieses Klischee nimmt man gerne her. Es hat sich einfach keiner gefunden. Wie gesagt, wir waren vier, fünf Mann und mir war das in dem Moment eigentlich egal. Ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Ich fand nur den Moment des Nichtentscheidens als nervig und habe gesagt, komm, dann mache ich das halt. Und wie gesagt, der Trainer hat da Talent in mir gesehen, hat mich dann zu einem Magdeburger Verein geschickt, der entsprechend ein Sommer-Trainingslager abgehalten hat. Und nach diesem Trainingslager standen wir alle so in Reih und Glied und der Trainer ist bei jedem vorbeigegangen, hat eine kurze Einschätzung gemacht. Und als er vor mir stand, hat er gesagt, und aus dir mache ich mein Nationaltor wieder. So, und jetzt überlegt ihr, jetzt lass mich kurz überlegen, das muss 1984, 1985 so gewesen sein. Zu der Zeit, Wieland Schmidt, vor dem ich ein Poster über dem Bett hängen hatte, und jetzt stellt er mich in Anführungszeichen mit ihm gleich. Also, ich konnte den ja nicht für voll nehmen. Und aus dir mache ich meinen Nationaltor wieder. Ich guckte den an, ich wusste gar nicht, was der von mir wollte. Und das ist natürlich, klar, die Geschichte, die man im Nachhinein überlegt, klar, der hat nicht nur aus mir einen Nationaltorhüter gemacht, sondern ich habe sogar das eine oder andere gewinnen dürfen. Also, ja, ich habe wirklich einen Traum leben dürfen. Daran siehst du aber mal, wie man als Kind natürlich dann auf so eine Situation guckt und die betrachtet. Und dass man als Kind sich solche Möglichkeiten gar nicht für voll nehmen kann. Und du hast Wieland Schmidt eben schon angesprochen. Wie kam das, dass das dein großes Idol war? Naja, als Magdeburger Torhüter Wieland Schmidt war, zählte damals zu den weltbesten Torhütern 80 Olympiasieger, dreimal Landesmeister. Als ich 1988 zur Sportschule gekommen bin, saß ich hinter einem Europapokalspiel hinter ihm, also hinter dem Tor auf der Bank und durfte ihn. Also, da gab es ja gar keine Alternative. Er war einfach der Beste. Und ich sage mal, wenn wir jetzt von beiden deutschen Mannschaften reden können, mit Andreas Thiel natürlich zu der Zeit absolut prägend, was die deutschen Torhüter angeht. Von daher gab es da gar keine Alternative außer Wieland Schmidt. Und das freut mich natürlich, dass wir heute immer noch Kontakt haben. Wir haben ja 2004 und danach nochmal einen zweiten Teil, ein Buch gemeinsam zusammengeschrieben, wo wir so ein paar Ansichten über das Torwarttraining mal zusammengefasst haben. Und wie gesagt, es gibt heute ab und zu, wenn wir uns vielleicht bei Spielen oder sowas sehen, immer Momente, wo wir uns austauschen. Und das freut mich natürlich, dass wir diese Möglichkeit so oft wie möglich bekommen. Ja, wenn wir ihn jetzt schon so intensiv angesprochen haben, wollen wir ihn denn doch auch hören. Wieland Schmidt hat sich bei uns zu Wort gemeldet zum Thema oder mit Gruß an Henning Fritz. Hallo Fritze, hier ist der Wieland. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut bei den Corona-Zeiten. Aber bei uns ist alles soweit in Ordnung. Ja, es ist schon wieder lange her, dass wir uns mal gehört haben. Vor circa einem Jahr war es hier in Leipzig und da hatten wir beide gemeinsam was zu tun gehabt. Und da war gar keine Zeit, wieder alte Storys auszutauschen. Aber eine Story habe ich noch unbedingt, die ich dir mal mitteilen wollte. 2004, als du im Viertelfinale so wahnsinnig gut gehalten hast gegen Spanien, die Sie Meter gehalten hast. Da hatte ich, an dem Tag hatte ich mit Fichte und Jogi Bitter Torwarttraining beim SC Magdeburg. Und wir haben uns dann nach dem Torwarttraining natürlich dieses Spiel angeguckt. Und ich kann mich noch ganz, ganz genau erinnern, dass Jogi um den Fernseher herumgelaufen ist und gesagt hat, Mensch, Wieland, sag mir, was sind das für Gefühle für einen Torhüter, der in diesem Moment so stark hält. Das möchte ich auch mal erfahren. Und da sieht man, dass Jogi Vorbilder gesucht hat, dass er wusste, was er zu tun hat. Und 2007 wurde er mit dir Weltmeister. Das ist schon Wahnsinn. Also wie wichtig ist das, wenn man Vorbilder hat, so einen starken, wie du es damals warst, an seiner Seite hat. Und das war schon ein emotionales Erlebnis mit Jogi und Fichte. Ja, nun wünsche ich dir für deine Sendung noch alles Gute, bleib gesund und hoffentlich sehen wir uns mal wieder, damit wir intimere Geschichten untereinander austauschen können. Tschüss und alles Gute. Finde ich sehr cool zu hören. Dieser Kreislauf ist ja schon irre. Dein Vorbild, dann wird er irgendwann sowas wie ein Mitstreiter und jetzt seid ihr Freunde, so wie ich das rausgehört habe. Und dann ähnliche Geschichte mit ähnlichem Versatz so bei dir und Jogi, das ist schon irgendwie geil. Ja, daran siehst du mal, was möglich ist, dass der Jogi danach gesucht hat und dann nach einigen Jahren selber in diese Rolle mit reingerutscht ist. Der Wieland hat es ja gerade angedeutet, 2007 war für ihn ja eine sehr unangenehme Situation. Ja, im Finale habe ich mich ja verletzt, ca. 35. Minute. Jogi hatte bis dahin relativ wenig Spielanteile. Das Spiel drohte zu kippen und die Polen hatten die Chance aufs Unentschieden. Und ich weiß, die Polen haben Gegenstoß und Jogi kriegt den Ball beim Gegenstoß direkt auf den Kopf. Ja, bis dahin hat er nur freie Bälle bekommen, hat auch kaum Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Und dieser Wurf auf den Kopf, ich glaube, der hat so das Adrenalin in ihm aufkommen lassen und dann war er hellwach. Und ich kann mich daran erinnern, bis zu dem Moment, ja, ich saß auf der Bank, hatte diese Wadenverletzung und konnte zum Spiel gar nicht gucken, weil ich jetzt natürlich das Gefühl hatte, bis dahin waren wir auf der guten Erfolgsstraße. Die ging jetzt so langsam verloren und ich habe gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass wir durch diese blöde Verletzung jetzt hier das Ding noch irgendwie aus der Hand geben. Und da hatte Jogi dann natürlich den ganz wichtigen Part, kriegt den Ball auf dem Kopf, dann voller Adrenalin und dann hat er ganz viele wichtige Paraden gezeigt und hat dann damit der Mannschaft wieder, ich sage mal, diese Sicherheit gegeben. Wir konnten uns dann mit einigen Toren wieder absetzen und sind dann Weltmeister geworden. Also das freut mich natürlich auch für ihn, dass er gerade dann in so einem wichtigen Spiel im Finale dann seinen Anteil dazu beitragen konnte, dieses Turnier zu gewinnen und dann auch diese Emotion zu haben, von der er gerade da geschildert hat, von meinem Siebenheterwerfen 2004, dass er jetzt auch auf dem Feld stand vor dieser unglaublichen Kulisse in Köln und dieses Erlebnis, was er sich gewünscht hat, auch erleben zu dürfen, in Realität wahrnehmen konnte. Ja, ja, ja. Die Geschichte ist übrigens, wer die Ausgabe noch nicht gehört hat, das ist echt irre, weil Jogi hat hier in seiner Ausgabe erzählt, es war bei ihm wirklich so, dass er schon, er hat gesagt, er hat die Schlagzeilen schon vor sich gesehen, irgendwie bitter versaut das Finale oder verschenkt den Titel oder keine Ahnung und sich aus dem Loch nochmal rauszukämpfen, das ist ja auch eine außergewöhnliche mentale Leistung. Ja, da hilft dir natürlich dann auch so eine Aktion, ja, dass du den Ball dann einmal abbekommst, Adrenalin schießt in den Körper und das gibt dir dann Sicherheit, weil genau das Gegenteil ist dann, dass solche Gedanken aufkommen, ah, du kommst nicht rein und was passiert danach und, und, und. Und da kann man jetzt viele mögliche Strategien herholen, wenn du in einem WM-Finale bist, ja, das kannst du halt schwer vorbereiten oder vorplanen. Das kann man nicht üben, ne? Das kann man schlecht üben, ja. Ja, und deswegen ist, ich sag mal, Glück und Pech liegt dann sehr dicht beieinander, das Glück war auf unserer Seite, Jogi hat ins Spiel gefunden und alles war am Ende gut. Ja, ja. Wobei ihr, muss man ja sagen, in den Jahren davor war das Pech ja auch oft genug auf unserer Seite, ne? Ich weiß nicht, wie du das erinnerst, aber das waren ja schon teilweise dramatischste Niederlagen. Ja, naja, wir haben zweimal gegen meine Freunde aus Kroatien zwei große Turniere verloren in Portugal 2003 und das Olympia-Finale, ja, da muss man einfach sagen, dass sie da mit ihrer Mentalität und Art uns einfach voraus waren. Also das möchte ich nicht an Glück und Pech festmachen, sondern sie waren im Olympia, sie waren im Olympia-Finale. Wir waren, ja, auch aufgrund von Verletzungen vielleicht körperlich kaputt und uns fehlten dann auch die Alternativen. Und sie haben einfach in der zweiten Halbzeit, weil wir haben, wir haben einfach... Sorry, ich hatte nur technisch, ich habe gerade eine falsche Tasse gedrückt. Ah, okay. Sprich einfach weiter. Ja, sie waren uns einfach emotional in diesem Moment überlegen. Sie haben halt, wir haben zur Halbzeit, soweit ich das noch weiß, mit vier, fünf Toren geführt und haben dann diesen Rückstand relativ schnell aufgeholt und waren dann geistig einfach frischer und sind mit dieser Situation, mit der Erwartungshaltung dann einfach besser umgegangen als wir. Das muss man ganz klar im Nachgang sagen, also da kann man nicht von Pech reden. Und das WM-Finale 2003, da sind sie auch, glaube ich, einfach freier im Kopf mit umgegangen. Wir hatten auch da relativ viele Verletzungsprobleme im Finale, es sind viele Spieler ausgefallen, viele Spieler, die bis dahin wenig gespielt haben und vielleicht auch noch nicht dieses Gefühl, überhaupt für die WM zu spielen. Jetzt spielst du im WM-Finale, da kommt einfach viel zusammen und vor allen Dingen Emotionales. Und wenn du da nicht frei aufspielen kannst, da kannst du noch so viel wollen. Je mehr du dann willst, umso schlechter läuft es eigentlich. Also das muss im Vorfeld gut vorbereitet werden und sein. Und das waren wir dann vielleicht bis ins Letzte nicht perfekt. Deswegen bin ich natürlich umso froher, dass es uns als Mannschaft dann 2007 geglückt ist, den großen WM-Titel zu holen. Aber auch im Jahr 2004 der Europameistertitel, das war echt eine Glanzleistung, was für mich in dem Fall immer wieder aufzeigt und wichtig ist, wie entscheidend die Breite ist. Wir haben ja bis dahin immer relativ viel mit einer guten ersten Sieben gespielt. Aber Spieler wie Jan-Olaf Immel und Christian Zeitz im Viertelfinale und Halbfinale eigentlich mitentscheidend waren, dass wir diesen Sprung nachher überhaupt weiter geschafft haben. Und das zeigt, wie wichtig Mannschaft ist. Du hast ja so unglaublich viele große Turniere mit großen Siegen, mit teilweise dramatischen Niederlagen. Ist die WM 2007 schon so das, was am allermeisten bleibt? Oder ist es sowas wie, weil du ja so unglaublich ehrgeizig auch bist, vielleicht sowas wie, dass man eben nicht Olympia Gold hat? Oder kannst du da irgendeines rausstreichen, woran du heute noch am meisten hängst? Ja gut, WM 2007 ist natürlich das Erlebnis, weil auch mit der Schilderung, die ich getan habe, wenig zu spielen beim THW Kiel, große Erwartungshaltung, dann die Niederlage in der Vorrunde gegen Polen, also kurz vor dem Aus zu stehen und dass es uns nicht gelungen ist, als Mannschaft das Publikum auf unsere Seite zu holen. Wir waren ja blockiert, das hast du ja gemerkt. Wir sind mit dem Druck ja zu Anfang nicht klargekommen. Und dass wir dann eigentlich mit dem Rücken zur Wand im ersten Hauptrundenspiel gegen Slowenien diese Handbremse lösen konnten, daran siehst du ja, wie wichtig die Psyche ist. Und dass es uns dann gelungen ist, über diese Lockerheit das Publikum auf unsere Seite zu holen. Und natürlich hat das Publikum eine wichtige Rolle gespielt, keine Frage. Also das Publikum hat uns emotional natürlich dann getragen. Ja, aber du siehst, das musst du aber auch erstmal hinbekommen. Ja, und das gelingt auch nicht jeder Mannschaft. Also das kann natürlich ein großer Vorteil sein, aber das ist natürlich auch eine große Bürde, die du da zu tragen hast. Großer Druck. Großer Druck. Und ich bin froh, dass es uns gelungen ist, diesen Druck abzuwerfen und den Euphorie mehr oder weniger zu drehen. Genau, aber in der Perspektive zurück natürlich auch Olympia 2004. Dieses Viertelfinale war es, glaube ich, gegen Spanien, dass sie Meter werfen gegen die Spanier, wo sie kein Tor gemacht haben. Ja, du hast ja, das ging ja, glaube ich, 2 zu 0 oder was dann? Ich weiß gar nicht, aber du hast ja keinen reingelassen. Ja, ja, die haben keinen getroffen, ja. Also genau, wir haben, glaube ich, zwei. Barou Fett stand ja auf der anderen Seite im Tor, ja auch ein überragender Torhüter vom FC Barcelona. Er hat zwei gehalten und auch da eine kleine Geschichte. Die Olympiade davor, 2000 in Sydney, haben wir auch im Viertelfinale gegen die Spanier ausgeschieden. War Kretsche, der Pechvogel, der kurz vor... Das war dann halt wirklich Pech, der von der Außenposition den Ball an die Unterkantelatte gesetzt hat und im direkten Gegenzug die Spanier das Spiel dann mehr oder weniger gewonnen haben. Vier Jahre später, wieder Viertelfinale. Ich weiß noch, die Bild-Zeitung hatte damals getitelt, er hatte Kretsche nicht so positiv hingestellt. Kretsche geht als Erster, glaube ich, hin zum Symmeter und versemmelt ihn. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, was in dessen Kopf vor sich ging. Aber dieses Turnier und dieses Spiel lief für mich so gut, dass das für mich in dem Moment völlig egal war. Ich bin da hingegangen zu den beiden anderen Torhütern, Barofet und seinem Kollegen, habe die angelächelt, habe dann so mit meinem Englisch, soweit es möglich war, ihnen gedankt für den jetzigen Moment. Und mir ist es gelungen, dass die kein Tor geworfen haben. Daran siehst du aber auch, dass es immer die Mischung ist zwischen fokussiert sein und Lockerheit. Und wenn man diesen Zustand hinbekommt, dann ist es egal, ob jetzt im Sport oder im Berufsleben oder wie auch immer, das ist der perfekte Zustand. Und der hat 2004 einfach vorgeherrscht und dann kommen solche Situationen zustande. Ja, das ist ja, also was haben die sich denn gedacht? Kommt der grinsende Henning Fritz vorbei im Riesenmoment da, in Form wie sie Meter werfen? Ja gut, da bist du als Torwart natürlich dann in der guten Situation, weil vom Schützen erwartet natürlich jeder, dass er trifft. Und der Druck liegt natürlich eher beim Schützen. Und da kann das Tor natürlich schon mal ziemlich klein werden. Ja, und wie gesagt, ich hatte diese Lockerheit in dem Moment, hatte bei den jeweiligen Schützen natürlich dann auch eine Idee, was ich mit dem jeweiligen machen möchte. Und es hat perfekt geklappt. Ja, irre, ey. Und vielleicht die Geschichte zur WM 2007 können wir gleich noch bereden, wenn wir über deine Zeit in Kiel generell sprechen. Du bist ja 2001 dort aus Magdeburg hingegangen, hast somit den Meistertitel sozusagen noch mitgenommen in Magdeburg. Champions League Sieg haben sie dann ein Jahr später geschafft. Wie kam das, dass du trotz großer Erfolge dort dann irgendwann den Wechsel gemacht hast? Also ich war zu dem damaligen Zeitpunkt Kapitän beim SC Magdeburg und hatte eigentlich alles, was ich mir gewünscht habe. Ich war Führungsspieler, Kapitän. Wir hatten eine Mannschaft, die das Potenzial hatte, Titel zu gewinnen. Nichtsdestotrotz hatte ich aber das Gefühl, dass man geglaubt hat, also auf Vereinsebene, aber vielleicht auch bei Mannschaftskollegen, Nationalmannschaft so, naja, der Fritz, der bleibt eh immer in Magdeburg. Ja, der ist Magdeburger Kind. Und natürlich habe ich das mitbekommen, dass so diese Stimmung da war. Und jetzt kam natürlich der große THW. Auf der einen Seite natürlich mit einem interessanten wirtschaftlichen Angebot, was jetzt aber nicht entscheidend war, weil, wie gesagt, ich hatte in Magdeburg eigentlich alles. Aber mit dem Wissen, wie gesagt, dass man so über mich gedacht hat, aber der Fritz bleibt eh immer da, waren das vielleicht viele Punkte, die gesagt haben, okay, THW Kiel mit Seder Rosic, guter Trainer, sehr gute Mannschaft, Herausforderung, wirtschaftlich gutes Angebot. und es vielleicht auch den anderen einfach zeigen zu wollen. Dass man nicht mit mir macht, was man möchte, sondern dass ich da meinen eigenen Weg gehen möchte. Das waren alles Punkte, die mich dazu dann im Endeffekt bewogen haben, zu sagen, okay, ich gehe diesen Schritt. War trotzdem keine einfache Zeit, weil wir waren damals bei der WM in Frankreich 2001, wo ich den Vertrag unterschrieben habe. Es gab dann noch ein paar unschöne Situationen, an denen ich jetzt auch nicht ganz unschuldig war, weil ich natürlich Stillschweigen vereinbart hatte mit dem THW. Und es gab so ein bisschen Missverständnisse. Deswegen tat mir das in dem Moment dann auch, ja, was heißt Leid, aber es war nicht einfach, sagen wir es mal so. Weil ich natürlich dem Verein und auch meinem Trainer damals, Alfred Gieslason, eine Menge zu verdanken hatte. Und er hat sie dann mit mehr oder weniger im Nachgang im Stich gelassen. Aber am Ende ist alles gut. Gut, ich habe die Entscheidung auch nicht bereut. Du hast es angedeutet, der SC Magdeburg hat ein Jahr später den Landesmeistertitel geholt. Und das hätte ich natürlich auch gerne mitgemacht. Aber du kannst es dir nicht immer aussuchen. Der THW Kiel, der kommt jetzt nicht jedes Jahr zu dir, sondern das ist eine einmalige Chance gewesen. Für mich war nochmal ganz wichtig, dass ich mit dem SC Magdeburg deutscher Meister geworden bin, weil der in meiner Sichtweise damals sportlich den höchsten Wert hatte, sich in der Bundesliga über eine ganze Saison gegen alle durchzusetzen. Und die Konkurrenz war damals wirklich groß mit Kiel, Flensburg, Lemko, Wallau. Also die Spitze war ja schon sehr, sehr breit. Von daher hatte das für mich in der Form Priorität. Und wenn man dann im Nachgang sieht, einfach die individuelle oder persönliche Entwicklung danach, ob mit den Einsätzen bei der Nationalmannschaft, mit Noca Sederrusic einzuharren, der mich auch persönlich, was das Torwartspiel nochmal entwickelt hat, mit Spielern wie Magnus Wieslander, Stefan Löwgren, Stefan Olsson, dann später Karabatic zusammenspielen zu können, Nikola Jakobsen. Also das prägt dich natürlich auch als Mensch. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich diese Erfahrung sportlich wie auch als Lebenserfahrung mitnehmen konnte. Gab ja, glaube ich, auch, also die Verabschiedung, gerade von Fan-Seite, war ja nicht ganz einfach in Magdeburg dann. Ist das, nagt das noch an einem? Was hast du dir damals gedacht und ist das heute alles überwunden oder hängt es noch ein bisschen irgendwie? Die Verabschiedung war gut. Wie gesagt, wir sind ja Meister geworden. Ich glaube, wir sind Europapokalsieger geworden auswärts dann noch in Metkovic. Also das war alles gut. Als es herauskam, pass auf. Die Bekanntgabe. Genau, die Bekanntgabe. Henning Fritz, Magdeburger Sohn, geht zum, ich sag mal in Anführungszeichen, zum bösen Erzrivalen THW Kiel. Das ging natürlich gar nicht. Der Henning kann irgendwo hingehen, aber nicht zum, in Anführungszeichen, bösen THW. Und das hat mir in dem Moment dann natürlich übel genommen. Aber ja, das hat dann im Zuge der Rückrunde dann nachgelassen, weil ich dann auch mit guten Leistungen meinen Teil zum Europapokalsieg beziehungsweise zur Meisterschaft beigetragen habe. Letztes Spiel erinnere ich mich gegen Flensburg. Das war, glaube ich, sogar im direkten Duell. Also wir mussten, glaube ich, gewinnen. Flensburg hätte, glaube ich, das Unentschieden gereicht. Und da persönlich dann entsprechend mit Leistung beizutragen, dass wir dieses Spiel und diese Meisterschaft nach Magdeburg geholt haben. Ja, auch das sind Momente, die in einem Sportlerleben außergewöhnlich sind und an die ich mich natürlich auch gerne zurückerinnere. Ja, noch einmal zu dem Thema. Ich finde das extrem spannend, was du gesagt hast. So, ja, unser Henning Magdeburger Jung, der bleibt eh immer hier. Ich habe das Gefühl, diese Tendenz gibt es irgendwie häufiger mal bei Vereinen, dass man eher irgendwie einen externen Star anders bewertet und dazu holt. Du machst dich gerade einmal auf die Reise. Ja, ich brauche nur ein Ladekabel, weil mein Telefon gibt gleich den Geist auf. Ah, okay, okay. Aber solange du mich noch hörst, okay, alles klar, da macht der Akku so einen Schlapp. Diese Tendenz habe ich ehrlich gesagt schon an vielen Stellen mal beobachtet, dass man sagt so, dass das Eigengewächs aus der eigenen Jugend, dass dem vielleicht nicht die Wertschätzung entgegengebracht wird, wie einen, den man von anderswo dazu kauft. Obwohl es aus meiner Sicht, ich sage es jetzt mal so banal, ja eigentlich genau andersrum sein sollte, weil der eigene, den man selber entwickelt hat und der für den Verein steht, wie es ein Zugekaufter nie sein kann, der hat doch eigentlich das allergrößte Lob und Zuspruch verdient. Ja, daran siehst du aber, dass das Ganze ja ein Markt ist. Und wenn ich jemanden, ist doch klar, wenn ich mit 18, 19, 20 in diese Mannschaft reinwachse, dann habe ich meinen ersten Vertrag. Also das heißt, ich muss ja nicht abgeworben werden mit einem wirtschaftlich interessanten Angebot, sondern ich bin ja als junger Mensch dort reingewachsen, bin dankbar dafür, dass ich da mitspielen darf und dann entwickelt sich das so langsam. Das ist ja eine andere Situation, als wenn ich einen 24, 25-Jährigen entweder noch mit Ablösesumme oder mit einem überzeugenden Argument, Schrägstrich Angebot, zu meinem Verein locken möchte. Damit habe ich natürlich, hat der ja einen ganz anderen, wenn man das vielleicht wieder in einer, ich hoffe, dass ich mich jetzt da nicht verplappere, in der Bilanz hat er ja eine ganz andere Position als der Nachwuchssportler oder der Junge, das junge Talent, was da reinkommt. Und deswegen ist er emotional natürlich mit diesem Verein und der Identifikation zu diesem Verein ganz anders verbunden als der, ich sage mal, Profi, der jetzt kommt für dieses Gehalt und wenn der Vertrag ausgelaufen ist, entweder legt man nach oder es kommt ein anderer Verein und man geht woanders hin. Deswegen ist die Sichtweise und der Umgang ja oft aus wirtschaftlicher Sicht mit einem Eigengewächs natürlich ein ganz anderes, als wenn du den Verein mal wechselst. Und da muss man natürlich immer wieder überlegen, klar, weil die einen immer reden, Mensch, ja, und am Ende muss man es ganz klar sagen, die Motivation ist, sportlich erfolgreich zu sein. Und die Mischung zwischen beiden ist ja die Herausforderung, aber es ist natürlich trotzdem Geschäft. Und da jetzt den schmalen Grat zu finden, treffe ich immer die Entscheidung, treffe ich die Entscheidung, was das Wirtschaftliche angeht ausschließlich, oder geht es mir um sportliche Ziele zu erreichen? Ja, so und das beißt sich ja ab und zu. Und das ist, finde ich, ein schmaler Grat, aber dass die Sichtweise von Verantwortlichen so ist, wie ich es vorhin geschildert habe, der Blick auf ein Eigengewächs, ihn mit wirtschaftlichen Mitteln anders zu halten als jemanden, den ich von außen hole. Ich glaube, das ist ein normaler, weil es ist klar, der Manager macht sich auch Gedanken, was brauche ich für Argumente, ihn zu holen oder zu halten. Von daher ist das, glaube ich, eine gewisse Form der Normalität. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das mag ich mal dahingestellt lassen. Aber am Ende hat der Manager ein Budget und versucht aus dem Budget das Optimale zu machen für oder mit den Spielern, die er entsprechend mit dem Trainer zusammen haben möchte. Und wie wäre es denn bei dir gewesen? Ich weiß gar nicht, das ist jetzt auch ein paar Jährchen nur her, aber kann man bei dir sagen, wenn die Wertschätzung, so hast du ja jetzt das ein bisschen beschrieben, dass es auch was mit Wertschätzung zu tun hatte, der Henning bleibt eh immer da. Wenn das ein bisschen anders gewesen wäre, wärst du denn möglicherweise dann gar nie weggegangen vom SCM? Das kann gut sein. Das kann gut sein. Das ist aber Spekulation, weil es war einfach eine außergewöhnliche Situation, dass ich damals konfrontiert wurde damit. Das war jetzt auch nicht so, dass ich proaktiv nach einem anderen Verein gesucht habe, sondern man kam auf mich darauf zu und hat gesagt, es gibt Interesse an deiner Person, THW Kiel, wie sieht es aus? Und dann habe ich erst angefangen, mir Gedanken zu machen und war damals in Frankreich, wie gesagt, bei der WM, hatte jetzt auch nicht viele im persönlichen Umfeld Berater, sondern das habe ich eher auf familiärer Ebene besprochen und diskutiert. Da hieß es, wir lassen dir freie Hand, mach, wie du möchtest. Und da hat sich in meinem Körper schon einiges bewegt. Und da jetzt zu sagen, okay, wo setzt du Schwerpunkte und, 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 das war nicht einfach. Deswegen kann ich das nur aus der Rückblick betrachtend sagen, dass es die richtige Entscheidung für mich war. Weil am Ende geht es um deine persönliche Entwicklung. Dass man gerade auch beim SC Magdeburg, die Fans das natürlich sehr leidenschaftlich leben und das fand ich ja auch toll und schön, dass das aber alles natürlich positive, wie dann aber auch negative sein hat, das ist normal. In dem Moment damals war ich natürlich stark gekränkt, ist klar, aber mit etwas Abstand und einem anderen Fokus auf die Situation ist das alles normal. Und deswegen bin ich da auch froh, dass wenn ich in Magdeburg bin, die Leute mich dann trotzdem als den Jungen aus Magdeburg sehen und nicht den, der den Verein im Bösen verlassen hat. Der Söldner, der Kieler Söldner. Ja, genau. Nein, das würde dir auch nicht gerecht werden. Nichtsdestotrotz, nach 13 Jahren Magdeburg waren es dann sechs Jahre in Kiel, die ja auch unfassbar erfolgreich seien. Also da kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, du hast alles gewonnen. Gewonnen, sowohl die Nationalmannschafts-Hitl fallen ja auch noch unter die Ära, aber du hast mehrfach deutsche Meisterschaften gewonnen, Champions League gewonnen, du bist Welthandballer geworden. Also das muss ja eine unfassbare Welle für dich auch gewesen sein, die du da geritten hast. Ja, also diese Zeit dann, Wechsel nach Kiel, was natürlich nochmal ganz andere Anforderungen, also Nockar Sederusic hat ja sehr viel auf Disziplin, Pünktlichkeit, was ich natürlich auch von Magdeburg gewohnt war. Aber das war nochmal ein Ticken intensiver und härter. Also mal ein Beispiel zum Beispiel. In Magdeburg hattest du die eigene Trainingshalle mit eigener Kabine. Also wir hatten erst die Giseler Halle, die altehrwürdige, dann später ab 97 die Bürdellandhalle, wo wir, das war alles geordnet, sortiert, du hast deine Kabine, deine Klamotten und, und, und. Und in Kiel, was man ja nicht glaubt, wir hatten vier verschiedene Trainingshallen. Keine eigene Kabine und nichts. So, das heißt als Torwart, ich hatte meine Klamotten musst du mitnehmen, dann zu Hause musstest du das dann waschen, trocknen, das lag alles rum, was heute bei vielen gar nicht mehr gang und gäbe ist. Und ehe ich damit erst mal klargekommen, okay, welche Halle ist heute und wie lange musst du, da hat erst mal zu Anfang gedauert. Und ich war in den ersten Monaten, glaube ich, einer der beste Finanzielle der Mannschaftskasse, weil die Zahlungen, die ersten fünf Minuten, keine Ahnung, 20 Mark waren es damals, glaube ich, noch. Und dann aber jede weitere, die ging dann saftig ins Portemonnaie. Also das war ein hartes... Aber das ist ja, wenn du einmal vor der falschen Halle stehst, das heißt, dann bist du schon 100 Euro los. Dann musst du einmal um die Vierde wieder fahren, um dann zur anderen Halle zu kommen. Also das ging dann schon... Ja, aber war trotzdem ein lehrreicher Prozess, was ja wichtig ist. Disziplin, Pünktlichkeit ist für mich auch heute... Das sind wichtige Sachen. Das hat auch nur vor, mit Respekt zu tun, weil ich sage mal, wenn einer, und am Ende ist ja dann so eine Minute warten muss, wo haben wir dann die Referenz? Also Pünktlichkeit ist da wichtig. Aber auch der Umgang, erfolgreich zu denken. Natürlich haben wir in Magdeburg auch viele internationale Stars gehabt. Atavin, Kuleshov, Kervadek, Stefansson. Aber in Kiel war das nochmal ein anderes Denken. Ein anderes Denken über Erfolg. Eine andere Gruppendynamik, möchte ich auch sagen. Also deswegen, daran siehst du auch mal, dass auch andere Zusammenstellungen von Mannschaften und Individuen andere Sachen nochmal herausbringt. Und das war ja dann eher skandinavisch orientiert, mit den Schweden vor allen Dingen. Und das war sehr prägend. Und das hat dann auch, ich denke mal, mich persönlich dann entsprechend dann auch nochmal einfach einen Schritt nach vorne gebracht. Und ich hatte es auch angedeutet, dass Nocker halt ein absoluter Handballfachmann ist. Also ich möchte sagen, bis heute derjenige, von dem ich am meisten über Handball, also erstmal spezifisch für meine Position nochmal mitbekommen habe, was zum Beispiel das Gegenstoßspiel angeht, Pässe zu spielen und so weiter. Das haben wir viel geübt. Aber auch Mannschaftstaktisch, kleine Details, die er immer wieder wiederholt hat und auf die er Wert gelegt hat, um entsprechend Situationen zu lösen, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und das habe ich bei keinem Trainer danach beziehungsweise davor so wahrgenommen und kennengelernt. Ja, das war ja so die, ja, ich glaube, in den 90ern ging das ja so richtig los, dass der Herr Wehne Großmacht wurde. Und du hast ja dann, das war ja fast die Zeit, wo Kiel so ein bisschen angefangen hat, den Rest auch abzuhängen. Weil das war ja, glaube ich, so die Entwicklung Richtung der, ich weiß gar nicht mehr, waren die 68-0-Saison, die war ja dann, glaube ich, so 2011, 12 oder so, als es dann wirklich absurde Formen langsam annahm. Aber ihr wart ja, glaube ich, so genau die Generation, die da so den Boden für gelegt hat und den THW wirklich unfassbar zum Dauermeister und unfassbar erfolgreich gemacht hat. Du hast eben, oder wie hast du diese Entwicklung denn wahrgenommen innerhalb des Vereins? Na ja gut, der THW, diese große Erfolgsstory, hat ja eigentlich begonnen 1993 als Uwe Schwenker, als Geschäftsführer, ich glaube von Herrn Jakobsen, das Ganze übernommen hat. Und Noca kam im gleichen Jahr. Und sie hatten mit Magnus Wieslander einen genialen Handballer, einen genialen Kopf und drumherum relativ viele junge deutsche Spieler, die einfach leidenschaftlich waren und das Ganze mitgegangen sind. Und Noca einfach mit seinem Handball-Sachverstand die Jungs also erstmal physisch so getrimmt hat, dass sie athletisch anderen überlegen waren, dass sie wirklich bis zum Ende der Saison einfach besser waren als die anderen. Und mit Wieslander hatten sie natürlich einfach den genialen Handballer. Und haben damit einfach... 100 Handballer. Genau, und haben damit den Handball eigentlich revolutioniert. Und nach dem Bosman-Urteil 1997 waren dann auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten, so internationale Stars zu holen, wie Nikola Jakobsen, ich glaube Stefan Ohlzer und Stefan Löwgren kamen, dann Nenat Pirunicic, außergewöhnlicher Rückraum-Linker, der im Tausch 2-1, also erst nach Magdeburg und ich bin nach Kiel gewechselt haben. Ah, okay. Ja, ja, genau. Und ja, das war einfach die sehr prägende Phase. Ach so, wir waren beim THW, genau. Und 2001, als ich gekommen bin, war schon so ein bisschen der Wandel eigentlich beim THW. Magnus Wieslander war schon Mitte, Ende 30, Stefan Ohlson. Wieslander hat, glaube ich, noch ein Jahr mit mir gespielt, Stefan noch, ich glaube, noch zwei Jahre. So, und dann kam ja schon so ein bisschen ein Wandel in diese Mannschaft, so auch ein bisschen Übergangszeit. Deswegen, es gab ein oder zwei Jahre, wo wir dann auch nicht Meister geworden sind, wo Flensburg einfach überragend war, eine überragende Mannschaft hatte, wo Lemko, die die schnelle Mitte, die die schnelle Mitte dann perfektioniert haben, dann alles in Grund und Boden gelaufen haben und mit der Verpflichtung eigentlich von Nikola Karabatic. Nikola Karabatic, Kim Andersson, kam eine neue Generation von Spielern, die den Verein nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben haben. Und dann im Zuge dann nachher später, als sie dann zu Null gewonnen haben, hatten sie ja so eine Mannschaft, das war ja unfassbar. Ich glaube, Daniel Narzis, Philipp Jicher und wer nicht alles da war. Also, da waren sie ja weit weg von allen anderen Mannschaften. Und deswegen, das waren Auswüchse, muss man fast sagen, die außer Konkurrenz waren. Also, sie waren von ihrer Leistungsfähigkeit außer Konkurrenz. Ja, ja. Du hast dann dieses Unfassbare, das ist ja genau auch in der Mitte, dieses Unfassbare Jahr 2004, haben wir eingangs das Podcast ja schon mal besprochen, du gewinnst alles mit dem Verein, du gewinnst Olympia Silber, du wirst Europameister, du wirst, und er hat ja bis heute dir auch, glaube ich, nur einer nachgemacht, als Torhüter Welthandballer zu werden, wenn ich richtig bin, mit Schmal. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr, oder? Nee, nee, da muss ich dich korrigieren. Das waren einige mehr. Also, Sterbik ist Welthandballer, ich glaube, Saric sogar, Thierry Omaillet ist Welthandballer. Also, ich hatte vielleicht das Glück, das Privileg, das Glück als erster Torhüter, weil ich meine, es gab auch vor mir natürlich so viele überragende Torhüter, die das natürlich verdient gehabt hätten. Ich glaube, dass die Wertschätzung zu der Zeit vielleicht auf den Torhüter noch mal eine etwas andere war. Ja, deswegen hatte ich das Glück, dass das erste Mal auf mich fiel, aber nach mir gab es da schon noch einige andere Torhüter, die das absolut zu Recht auch diese Ehrung bekommen haben. Und ich habe ja dann später dann auch mit... Ich habe es mir gerade mal nebenher aufgemacht. Stimmt, 2004 warst du es, im nächsten Jahr schon apart Sterbig, 2008 Omaillet, 2009 Schmal, ich weiß gar nicht, wieso mir die durchgegangen ist. Genau, also vier Stück waren es dann, wenn ich jetzt gerade es richtig überbringe. Ja, genau. Ja, und mit Schmal habe ich ja zu der Zeit dann hier auch bei den Löwen gespielt. Genau. Unglaubliche Leistung, die er vollbracht hat. Ich meine, wir beide ja gerade, was die Statur angeht, nicht gerade riesig. Aber Kassa, wie er mit Spitznamen heißt, war unglaublich explosiv. Keine Angst gehabt, war ein echter Athlet. Also der stand da wie eine Wand im Tor. Und ja, uns ist es jetzt leider nicht geglückt, zu der damaligen Zeit mit den Löwen großen Titel zu gewinnen. Ich kann mich an das Champions League Final vorher erinnern, wo er gegen Barcelona überragend, also bis dahin schon in der Champions League Gruppe überragend gehalten hat, aber gegen Barcelona alles gehalten hat, sich dann leider verletzt hat. Ich leider dann an seine Leistung nicht anknüpfen konnte und wir dieses Spiel dann verloren haben. Aber er war wirklich ein außergewöhnlicher Torwart und ein sehr guter Mensch. Also wir sind beide sehr gut miteinander klargekommen. Und auch daher ergibt sich ab und zu mal die Situation, dass wir uns über den Weg laufen und uns austauschen über alte Zeiten. Die Welthandballer unter sich. Ja, stelle ich mir geil vor. Ja, genau. Also 2004 warst du auf dem absoluten Zenit. Du hast vorhin schon gesagt, vielleicht so ein bisschen diese Leere danach. Was ist da passiert in den Jahren bis 2007? Wie hast du gemerkt, dass du einen Burnout im Endeffekt dann hast? Ja gut, das sind ja Symptome. Ja, wie habe ich das gemerkt? Es fehlte dann einfach die Energie, sich zu pushen, diese Leistung zu bringen. Ich weiß, es gab eine Saisonvorbereitung, wo mir, ich hatte im Urlaub dann eine kleine Verletzung am Sprunggelenk, also konnte mich nicht so richtig gut auf die Vorbereitung mehr oder weniger präparieren und vorbereiten. Du musst im Urlaub ja auch schon ein bisschen was machen. Du kannst ja nicht drei, vier Wochen gar nichts machen. Konnte leider in dem Urlaub nicht viel machen. Ja, und das Laufen im Stadion war eine Katastrophe. Nach zwei Runden im Stadion, kurzatmig, also wie gesagt, ich war beim Laufen nie der Beste. Aber das war, da hieß er, was ist denn jetzt los? Es geht gar nichts mehr. Und als es dann darum ging, ins Tor zu gehen, die Fokussierung des Balls, Emotionen, war kein Zugriff mehr. Und da habe ich dann aber auch gespürt, okay, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht so, wie es vorher ist. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass jetzt so ein kleines Leistungstief da ist. Und du darfst ja trotzdem nicht vergessen, ein halbes Jahr vorher wurde ich als erster Torhüter zum Welthandballer geehrt. Und jetzt haben mich natürlich die Leute daran gemessen. Ich habe mich selber, wollte mich daran messen lassen, und du warst aber von deiner Leistungsfähigkeit Meilen davon entfernt. Und das war natürlich emotional. Ich bin damit natürlich dann auch immer sehr, ja, mir fehlte vielleicht die Fähigkeit, das zu überspielen. Das war vielleicht jetzt auch nicht meine Art, dass ich das mit irgendwelchen Tralala drumherum irgendwie überspiele, sondern ich bin da, glaube ich, relativ ehrlich mit meiner inneren Gedankenwelt dann auch auf dem Feld gewesen. Und das war natürlich nicht förderlich für Leistungsentwicklung. Und das war eine echt harte Zeit, weil dann kreisen mit einmal die Gedanken nur noch, wie kann ich wieder an meine Leistung kommen, denk daran, heute positiv sein, gib alles und, 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 was bis dahin Sachen waren, die selbstverständlich für mich waren. Ja, und damit ist aber eigentlich der eigentliche Fokus, was ich vorhin auch mal gesagt hatte, Begeisterungsfähigkeit, locker zu sein, und, 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 war alles komplett weg. Ja, und das, wie gesagt, die Gedanken kreisen den ganzen Tag, und das kostet natürlich auch Kraft und Energie, wenn du nicht diese Lockerheit hast. Und damit hatte ich eigentlich keine Option, leistungsfähig zu werden. Ich hatte jetzt aber trotzdem, oder ich musste ja, ja, diesen Marktwert, den du mehr oder weniger, wenn du aufs Feld gehst, mehr oder weniger gerecht zu werden, wusste ich, dem werde ich nicht mehr gerecht. So, und damit bist du in einer hilflosen Situation. Und dann kreisen natürlich Gedanken im Kopf, die sind nicht schön. So, und deswegen bin ich froh und dankbar. Ich hatte es geschildert, nach vielen Alternativen Ausschau zu halten. und dass ich dann diese frequenzmodellierte Musik gefunden habe, die mich dann in kleinen Schritten aus diesem Tief geholt hat, über besseren Schlaf wieder auch an die Emotionen zu kommen, die notwendig sind, um wieder eine Klarheit im Kopf zu haben, um daraus wieder Kraft zu schöpfen, Leistung zu bringen. Und das war dann eigentlich der Prozess zwischen, ich sag mal, Sommer 2005 bis im Vorfeld der WM 2007. Also ein gutes Jahr. Und dann musst du ja auch sehen, das Jahr 2006-07, das WM-Jahr, wurde ja Thierry Omaillet verpflichtet. Matthias Andersson war schon da. Matthias war da. Damit war klar, ich bin die Nummer drei. Was natürlich emotional dann auch eine Katastrophe ist. Ja, du, ich wollte natürlich mich zeigen. Da hat sich dann natürlich auch so ein bisschen die andere Seite von Noca gezeigt, der dann natürlich dann auch mit mir ein paar Spielchen gemacht hat, die nicht schön waren. Ich kann mich an eines erinnern. Wir hatten im Jahr davor sehr hoch gegen den SC Magdeburg zu Hause gewonnen. Und die darauf folgende Saison, das Spiel in Magdeburg, hat Magdeburg uns eigentlich verhauen. Ja, und beide Torhüter, Thierry Omaillet und Matthias Andersson, sind nicht so ins Spiel gekommen. Und als das Spiel verloren war, wir lagen zehn Tore zurück, zehn Minuten vor Schluss, hat Noca mich dann zum Beispiel ins Spiel gebracht. Also damit auch die Option, dich nicht beweisen zu können. Und dann auch noch in deinem Heimatort. Das war natürlich eine extreme Demütigung. Was natürlich dann auch nicht förderlich ist, dass du dann wieder zu alter Leistung kommst. Also da habe ich dann auch die andere Seite des Leistungssportes erleben müssen, dürfen, wie auch immer. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass mir die Gelegenheit auf der einen Seite durch alternative medizinische Ansätze, aber auch in Person von Heiner Brandt, der mir die Chance gegeben hat, bei der WM dann spielen zu können, wieder alte Leistungsfähigkeit zurückzugewinnen, um dann wieder das am liebsten zu machen, was ich konnte und wollte, im Tor zu stehen und im besten Fall erfolgreich. Was ja eigentlich unfassbar ist, oder? Ich weiß nicht, wie waren da eure Gespräche? Ich meine, das muss für dich ja auch vielleicht so ein bisschen, du wusstest ja, in welcher Situation du bist, aber warst ja sicher schon auf dem Weg der Besserung dank dieser Therapie. Aber trotzdem klingt die Ansage, ich hole den dritten Torwart, auch wenn es der THW ist, aber einen dritten Torwart als meine Nummer eins, der mir ein starker Rückhalt sein muss bei einer Heim-WM. Da kriegt man ja erstmal gar nicht zusammen, diesen Gedanken so ein bisschen. Nein, ich weiß, wir haben uns, der Heiner und ich, wir haben uns darüber schon mal ausgetauscht. Ich bin da jetzt aber nicht mehr ganz sicher, was da den Ausschlag gegeben hat, dass er entsprechend diese Entscheidung so getroffen hat. Deswegen, ich kann die Frage jetzt zu 100 Prozent nicht beantworten, aber natürlich war das für ihn ein großes Risiko. Keine Frage. Also die WM über einen Land ist natürlich eine Riesenchance und da jetzt auf einen Risikofaktor mehr oder weniger zu setzen, ist nicht einfach. Also deswegen, ich kann im Moment die Frage nicht zu 100 Prozent beantworten, was am Ende ausschlaggebend war, in seiner Einschätzung dann doch auf mich zu setzen. Vor allem, er hatte ja mit, gut, Jogi war damals noch jung, aber Lütti war ja, glaube ich, der Dritte. Der war ja eigentlich immer eine Bank. Dem konnte man ja eigentlich ganz gut vertrauen. Aber interessant, dass er dann sich so entschieden hat. Aber wer gewinnt, hat am Ende recht. Und ihr habt ja alles abgerissen am Ende. Ein Spiel, was, glaube ich, alle ganz speziell noch im Kopf haben, nehme ich jetzt mal an, ist dieses sensationelle Halbfinale, was ja gefühlt das eigentliche Finale war gegen die Franzosen. Sticht das für dich auch nochmal speziell raus aus dieser WM? Klar. Also, das war die zweimalige Verlängerung gegen Frankreich. Frankreich natürlich der große Top-Favorit. Wir hatten sie in der Vorrunde schon geschlagen, relativ deutlich. Kann mich daran auch erinnern, gerade Mimi Kraus mit seiner Dynamik, die Franzosen konnten damit gar nichts anfangen. Sie waren halt körperlich sehr, sehr stark. Wir haben aber durch viele Kreuzbewegungen so viel, also die kamen nicht hinterher. Und dann natürlich, wann du den Pass spielst und wann nicht. Und Mimi hatten die nicht auf der Rechnung. Eigentlich war ja Markus Bauer die Nummer eins. Der war angeschlagen. Und jetzt kam Mimi aus dem Nichts. Und der war einfach so dynamisch und hat die Franzosen da so schwindelig gespielt, dass weder die Abwehr noch Thierry Oumaié irgendwas mit ihm anfangen konnten. Und da waren sie natürlich anders vorbereitet im Halbfinale. Aber wenn ich mich daran so im Nachgang erinnere, eigentlich gefühlt ohne einen großen Fehler. Also wir haben gefühlt ein perfektes Spiel gespielt, ohne große technische Fehler. Anders wäre es auch gar nicht möglich gewesen, weil wie gesagt, die Franzosen waren da einfach überragende Mannschaft. Und emotional ist es einfach unglaublich. Wenn ich da im Nachgang mit vielen Menschen gesprochen habe, die gesagt haben, also entweder mussten sie den Fernseher ausstellen, sie mussten aus dem Zimmer gehen oder sie haben es einfach nicht mehr ertragen. Ich meine, ein größeres Kompliment für das, was wir da gemacht haben, kann es ja nicht geben. Weil jeder, der entweder Sport treibt oder vielleicht einen Film produziert, möchte die Leute ja unter Spannung halten. Und wenn dann die Leute sagen, ich musste rausgehen, naja, ein größeres Kompliment kann es ja nicht geben. Und wenn es dann am Ende noch gut geht, ja, das ist eigentlich das Perfekte. Und es war so eng und knapp. Und auch in dem Spiel, dass ich da zweimal noch am Ende noch mein Teil zu beitragen konnte. Es gab ja zwei Situationen. Daniel Narzis hat den Abschluss gesucht. Ich kannte ihn so ein bisschen dann auch aus Gummersbach, wo er ja dann auch immer eigentlich die Rolle des Entscheiders übernommen hat. Wusste, dass er immer so ein bisschen gegen die Hand wegspringt und diagonal wirft. Und dass ich auch das in dem Moment mehr oder weniger abrufen konnte. Ja, ich fühlte mich in dem Moment auch sicher und gut. Habe damit im Endeffekt das Wissen gut abrufen können. Hatte die Ruhe, entsprechend diese Entscheidung dann auch umzusetzen. Es hat funktioniert. Hat natürlich auch gute Vorderleute, die dort namentlich... Aber ist geil, wie du heute... Ich erinnere mich nämlich auch noch, ich weiß das noch, wo ich da saß und mich kaum noch halten konnte. Also ich habe auf dem Boden vorm Fernseher gekniet, weil eine entspannte Sitzposition war irgendwie nicht mehr möglich. Wie du das heute schilderst, ja, ich war dann in der Lage, die richtige Entscheidung gegen diesen... Es gab ja dann, glaube ich, noch einen letzten Freiwurf, der dann irgendwie aber gar nicht mehr... Oder musstest du den auch noch halten? Ja, ja, das waren zwei Würfe. Also einmal, ich glaube, aus dem freien Spiel, Daniel Narzis, dann gab es einen Freiwurf und dann waren noch, ich weiß nicht, sechs, sieben Sekunden. Nee, nee, es waren noch sechs, sieben Sekunden. Und Daniel Narzis, drei Schritte halt, gleiche Bewegung, etwas gegen die Hand, wirft wieder ins gleiche Eck. Ja, in dem Moment ist es ja die Herausforderung, wirklich die Emotionen rauszunehmen und dich auf das Sachliche zu konzentrieren, was ja unglaublich schwer ist. Da rufen 19.000, es geht hier gerade um, weißt du, wenn man sich aber um diese Rahmenbedingungen Gedanken macht, oh, was könnte passieren und wende den jetzt nicht und ach Gott, dann ist die WM aus und dann hast du keine Chance. Also das ist wirklich die Herausforderung, hoch fokussiert zu sein, was weißt du und dich dann aber trotzdem so runter zu regulieren, zu sagen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Mir ist das damals geglückt, weil einfach die Rahmenbedingungen gepasst haben, ich habe mich gut gefühlt, ich wusste, was ich konnte, das Spiel lief für mich gut oder für uns als Mannschaft, wir haben ein Topspiel abgeliefert. Ja, und dann sind das, klar, auch ein bisschen glückliche Momente, keine Frage, die gehören dazu, aber die erzwingt man. Das Glück zu erzwingen, ja, also ich würde niemals sagen wollen, oh, die haben jetzt, gerade wenn wir jetzt von internationalen, wichtigen Wettkämpfen reden, die haben mit Glück gewonnen, du gewinnst dann nie mit Glück. Wer trifft im richtigen Moment die richtige Entscheidung und das erarbeitest du, weil es ist am Ende die Summe der Aktionen, die stattgefunden haben. Ja, und wenn du dann am Ende mit einem Tor gewonnen hast, dann hast du einfach vielleicht einen Fehler auch weniger gemacht als die anderen und das erarbeitest du dir und das ist kein Glück. Ja, das hatten wir ja vorhin schon mal, als du mich zurecht korrigiert hast, aber finde ich echt interessant, wie nüchtern analytisch du da heute drauf schauen kannst. Aber deswegen haben wir dich ja auch bei Sky als Analytiker unter anderem, weil mit uns manchmal die Gäule durchgehen. Du hast auch mal gesagt, diese Paraden gegen Frankreich, die schönsten und wichtigsten meiner Karriere. Stehst du immer noch dazu? Ja klar, ich meine, die Franzosen waren zu der damaligen Zeit ja schon mit das Nonplusultra und natürlich habe ich mir dann auch, weil ich natürlich auch ein Torwart war, der sich dann gerne mal den einen oder anderen rausgesucht hat, um mich an dem mehr oder weniger zu reiben und mich zu motivieren, gegen die gewinnen zu wollen. Und da war ja ein ganz prädestiniertes Spiel, das Spiel bei der WM 2-3 gegen Frankreich mit Bertrand Gilles, der damals in Hamburg gespielt hat und er für mich immer einen sehr selbstbewussten Eindruck gemacht hat. Und ich das natürlich gar nicht leihen konnte. Natürlich ein ganz wichtiger Spieler in Hamburg und auch bei den Franzosen gewesen. Und dass ich ihn in diesem Spiel, habe ich mich so heiß gemacht, hat natürlich auch funktioniert, dann die Bälle zu halten und ich habe dann mit ihm da so ein Wortgefecht gemacht. Mehr oder weniger mehr auf Mimik und Gestik. Also, dass ich ihm zeigen wollte, ich bin Herr im Ring. Und wenn das natürlich dann funktioniert, bei dir und dann auch sportlich, du das Spiel gewinnst, ist natürlich eine geile Sache. Heute sehen wir das, wir haben uns im Nachgang dann ein, zwei Mal getroffen, sehen wir das deutlich entspannter. Das ist einfach aus meiner Sicht eine Form der Wertschätzung, weil Bertrand Gilles natürlich auch eine Ausnahmehandballer, war auch Welthandballer gewesen. Und deswegen waren die Duelle mit Frankreich immer, hatten eine besondere Würze. Weil natürlich die Franzosen an sich, Grand Nation, sehr selbstbewusst, da wollte ich natürlich gegenhalten. Und deswegen waren die Franzosen sportlich wie auch so emotional immer eine besondere Herausforderung. Und dass man dann in solchen Spielen wie bei der WM 2-3 und dann auch 2-7 gegen diese Mannschaften gewonnen hat, es sind dann natürlich Highlights in einer sportlichen Karriere. Und 2-7 danach, haben wir vorhin schon mal auch kurz drüber geredet, das Finale, wo du überragend hältst, dich dann verletzt, dann kommt Jogi und am Ende ist es dann aber ja gut gegangen, zum Glück. Und dann Henning Fritz inklusive Krücken rauf aufs Siegerpult. Da konnte dich nichts mehr stoppen, oder? Naja, die Erlösung, nachdem das so aussah, dass es in die Hose geht, war natürlich dann groß. Also in dem Moment kannst du ja noch gar nicht fassen, was gerade passiert ist. Du bist gerade Weltmeister geworden, da übermannt dich dann die Situation. Also erstmal die Atmosphäre in der Halle war gigantisch. Also Köln ist da aus meiner Sicht einfach der Handballtempel aus der eigenen Erfahrung, wie gesagt mit WM und, und, und. Also du bist in dem Moment völlig übermannt und da kommt ja eigentlich erst Tage danach so ein bisschen, dass sich das einholt, was da gerade passiert. Und wir merken es ja jetzt noch Jahre danach, dass das natürlich immer wieder Punkte sind, über die man spricht, weil sie emotional wie auch sportlich einfach Highlights sind. Und das macht den Sport aus. Ja, das ist, wir waren ja auch natürlich nicht klarer Favorit in dem Turnier, sondern klar, als Heimmannschaft zählst du immer irgendwo mit als Geheimfavorit. Aber die eigentlichen Favoriten waren eher Frankreich, Spanien und andere Nationen. Ja, ich glaube, wir haben es, also das war halt bis heute ja das größte Turnier, was wir gewonnen haben und das im eigenen Land. Hoffen wir mal, 2027 wäre ja mal wieder die Gelegenheit. 20 Jahre danach, das wäre doch ein guter Zeitpunkt, um das mal wieder zu wiederholen. Ja, so sieht es aus. Also 2019, finde ich, haben wir ein gutes Turnier gemacht. Wir waren aber vielleicht nicht reif. Also es fehlten Kleinigkeiten, um da diesen großen Schritt zu gehen. Wie ich es auch gesagt habe, ich glaube, dass die Mannschaft dann im Spiel gegen Norwegen, natürlich die Norweger außergewöhnlich gut besetzt. Da fehlen dann einfach Kleinigkeiten, um dann so eine Mannschaft in Bedrängnis zu bringen. Ich glaube, das Potenzial aktuell, wie aber auch zukünftig, was die Entwicklung von jungen Talenten angeht, dass eine deutsche Mannschaft immer das Potenzial hat, um einen Titel mitzuspielen. Ich glaube, die Herausforderung ist dann, dass es einfach dann auch passt. Ich meine, wir freuen uns auch, wenn das vor 2027 schon zu einem großen Titel reicht. Würde ich auch nehmen, hast du recht. Aber natürlich im eigenen Land ist es dann für alle beteiligt natürlich nochmal schöner, weil die Atmosphäre, wenn eine ganze Halle jubelt, natürlich ein einmaliges Ereignis ist. So wie du weißt, was du damals gemacht hast, wo du warst, kenne ich das von vielen anderen auch, die sagen, ich kann dir genau sagen, ob jetzt Finale oder das Spiel gegen Frankreich, wo die Leute waren. Und das aber auch nicht nur die, die handballbegeistert sind, sondern auch darüber hinaus. Also es gab ja deswegen die Popularität von den Aktiven, hat ja über den Handball hinaus dann auch stark zugenommen, weil sich Leute dann auch mit Handball beschäftigt haben, die sonst damit nichts zu tun haben. Von daher ist natürlich die Möglichkeit, so ein Turnier im eigenen Land zu gewinnen, dann auch immer eine gute Möglichkeit, über den Tellerrand hinaus sich die Bekanntheit entsprechend zu entwickeln. Genau, genau. Ja, da gucken dann halt echt mal zig Millionen zu. Ein kurzes, letztes Kapitel hätten wir noch, 2007 nach der WM oder ein halbes Jahr danach, also im nächsten Sommer bisher, dann zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen. Da steckte ja sowieso dann ganz viel WM-Finale drin in der Mannschaft, die sie da zusammengestellt haben. Hat aber nie zu den Erfolgen gereicht, die die Löwen dann jetzt so vor 2015, 16, wo die Meisterschaften eingefahren wurden. Zu dem ganz großen Wurf hat es nie gereicht. Wie hast du diese Löwenzeit in Erinnerung? Ja, auch das war eine lehrreiche Zeit. Wir waren eine Ansammlung von guten Individualisten, aber wir waren aus meiner Sicht keine Einheit. Es gab aus meiner Sicht zu viele Gruppen, die in unterschiedliche Richtungen gelaufen sind. Und das war ja auch der Zeitraum, wo Mannschaften wie der THW Kiel zu Null Meister geworden ist. Der HSV hatte eine außergewöhnlich gute Mannschaft. Das waren ja die beiden Top-Konkurrenten, gegen die wir uns beweisen mussten. Die waren einfach dann als Einheit deutlich besser. Ja, und das ist uns leider nicht geglückt. Das hat mich natürlich schon geärgert, weil ich mit dieser Mentalität aus Kiel wissend erfolgreich zu denken, habe vielleicht dann auch zu viele Sachen festgemacht an Titeln. Ja, da ich gesagt habe, ja, ich bin hierher gekommen, um Titel zu gewinnen. Das Wissen hatte ich halt aus Kiel oder diese Mentalität wollte ich entsprechend auch zu den Löwen mitbringen. Ich sage aber im Nachgang, dass das, damit haben wir uns eigentlich selber zu stark unter Druck gesetzt. Auch das ist ein Prozess und eine Lehre für mich, wo ich sage, man kann nicht das eine über das andere drüber stülpen. Kiel war eine gewachsene Struktur. Rhein-Neckar-Löwen war zu der Zeit schnell mit großen wirtschaftlichen Möglichkeiten, aber doch eher eine Ansammlung, also schnell zusammengeholt, viele gute Individualisten, aber keine Einheit. Und daran siehst du, um erfolgreich zu sein, brauchst du die Mischung aus beidem. Und das ist eigentlich die Lehre für mich, dass ich mich und uns eigentlich damit auch in der medialen Öffentlichkeit zu sehr unter Druck gesetzt habe, indem ich dann auch geäußert habe, ja, wir sind hierher gekommen, um Titel zu holen. Und anstatt vielleicht erstmal heranzugehen, genau, erstmal zu gucken, wie funktioniert die Einheit, um dann die Stellschrauben, die zu drehen sind, dann auch mehr oder weniger zu bearbeiten. Und wir im Endeffekt den Druck in der Öffentlichkeit eigentlich gleich so groß hingestellt haben, dass wir dem nicht gerecht geworden sind. Deswegen, uns wurde ja auch oft unterstellt, ja, dass wir lustlos gespielt haben, nicht alles geben, was überhaupt gar nicht stimmt. Uns fehlte vielleicht diese Lockerheit. Wir haben nicht so locker aufgespielt. Und deswegen wirkte das auch immer ein bisschen verkrampft und wie mit angezogener Handbremse gespielt. Ja, weil wir ja immer diesen Druck gespürt haben, wir müssen, wir müssen. Wir aber als Einheit eigentlich nicht, jeder Einzelne für sich hat das so gemacht und auch gespürt, aber wir haben nicht als Einheit gesagt, okay, es läuft. Handbremse lösen, Vollgas und einfach rennen. Es war zu viel Wille da und zu wenig Lockerheit. Okay, und daran siehst du aber auch diese Zusammensetzung. Das war ja dann eigentlich 2012, also dann haben dann viele von den Älteren aufgehört. Die Mannschaft wurde mit anderen Charakteren gemischt, wo dann auch klarer war von jedem Einzelnen die Rolle in dieser Mannschaft. Und mit einmal war sofort wie Handbremse gelöst und die liefen sofort los. Also das ist eigentlich eine Lehre für alle Beteiligten, aber dann vor allen Dingen für mich, dass man sagt, nur eine Ansammlung von Topspielern reicht nicht aus, um die Hand bei Bundesliga zu gewinnen. Ja, die Löwenhamstern hat ja sicher auch was mit Reife von Andi Schmid zum Beispiel zu tun, der ja zu deiner Zeit am Ende auch noch da war, aber dann eben irgendwann bereit war und so überträgt es sich dann, glaube ich, auf das ganze Team. Bist du aber, das war jetzt das einzige Kapitel, was nicht Titel gesäumt und Titel gegrönt war, aber trotzdem, so deine Karriere insgesamt, das ist wahrscheinlich mehr, als du dir zur Karriere Start je hättest erträumen können, oder? Ich kann es nur wiederholen. Ich hatte das Glück, einen Traum leben zu dürfen. Mit dem Anfang, was wir geschildert haben, wo der Trainer zu mir gesagt hat, aus dir mache ich Nationaltorhüter. Und wenn ich dann natürlich das so zurückblickend sehe, was ich erleben durfte, dann auch Titel gewinnen durfte, ja, ein absoluter Traum. Und deswegen ist es mein Ziel, aus den unterschiedlichen Erfahrungen, Höhen und vor allem dann aber auch den Tiefen, die ich ja, ich glaube, wir hatten es vorhin mal kurz angedeutet, in einem Buch mit verfasst habe, Powern und Pausieren, in dem ich einfach schildere, dass ich eigentlich aus den Tiefen noch viel mehr mitnehme, weil wenn es gut läuft, ist alles gut. Aber du weißt oftmals gar nicht, warum ist es so gut gelaufen. Du eigentlich erst dann merkst, wenn es nicht mehr läuft, was war eigentlich notwendig, damit du langfristig erfolgreich und leistungsfähig bist. Ja, und das habe ich dann in diesem Buch Powern und Pausieren mit einfließen lassen, mit zwei anderen Autoren, wo wir einfach aufzeigen wollen, dass jeder auch einen eigenen Bereich von Regeneration hat. Jeder hat Regeneration und sieht das anders. Ich werde anders regenerieren, als du es vielleicht machst, wo du sagst, du, ich kann am besten entspannen in dem und dem. Und da gibt es auch kein richtig und falsch. Und ich glaube, dass das eigentlich mit der wichtigste Punkt ist, den ich aus meiner Karriere mitnehme, dass du eigentlich aus den Tiefen, wenn ich die Tiefen vielleicht nicht erlebt hätte, könnte ich gar nicht wertschätzen, dass das vorher nicht Selbstverständlichkeit war, ob die Leistung beim SC Magdeburg oder beim THW Kiel, sondern da steht einfach, harte Arbeit, Ziele haben, Motivation und das jeden Tag im Endeffekt alles zu geben, dass das dazugehört. Und wenn du mit einmal nicht mehr in der Lage bist, diese Leistung abzurufen, aus welchem Grund auch immer, dann ist das auch schnell verschwunden. Und an diesen Dingen zu arbeiten, sich zumindest dem bewusst zu werden, und das ist vielleicht auch eine Form der Entwicklung und des Bewusstseins, sich bewusst zu werden, was kannst du, wer bist du und an welchen Stellschrauben musst du arbeiten, um entsprechende Leistung zu bringen, das ist vielleicht das Ergebnis aus diesen Höhen und Tiefen aus meiner Karriere. Echt eine Außergewöhnliche, das wäre eigentlich ein perfektes Schlusswort, aber wir nehmen es einfach als Schlusswort vor, Rubrik 2, denn ich weiß, es gibt viele Fans von Rubrik 3 und die wollen wir natürlich auch noch schnell machen, die sieben kurzen Fragen von Hand aufs Harz, mit denen sind wir gleich wieder da. Henning, du musst es uns ja sagen können, der perfekte Torhüter, bau uns den mal aus drei Eigenschaften zusammen. Welche sind das? Ähm, furchtlos. Puh. Oder können auch Attribute sein? Ja, pass mal, ich nehme mal in Person. Im Moment für mich der perfekte Torhüter ist Niklas Landin. Nehmen wir mal die Version des großen Torhüters. Er ist groß, er ist beweglich, er ist anpassungsfähig, also er macht nicht immer das Gleiche, sondern anhand des Schützen passt er seinen Stil an. Und natürlich aufgrund seiner Größe und Beweglichkeit hat er einfach die wichtigsten Attribute, die notwendig sind, um erfolgreich zu sein. Der zweite ist für mich aufgrund der Körpergröße, dass er etwas kleiner ist, ist Thierry O'Malley, der aufgrund seiner Beweglichkeit, Explosivität den Schützen sehr gut fokussieren kann. Also er reagiert sehr, sehr spät. Er spielt mit einem guten Stellungsspiel, indem er einen Teil des Tores abdeckt und weiß, dass zum Beispiel nur noch die kurze Ecke offen ist und spielt dann mit dem Schützen. Also deswegen ist es eigentlich die Form von der Situation gut einschätzen zu können. Die Form der Beweglichkeit, weil das ist im Tor einfach notwendig, dass du das Bein irgendwo schnell hoch bekommst oder schnell unten bist. Und die Anpassungsfähigkeit. Also keine atypischen Bewegungen zu machen, sondern zu analysieren, die Analysefähigkeit. Also was macht der Schütze und was will ich mit jedem Einzelnen tun? Ja, deswegen jetzt so das in drei Worte zu bringen, das fällt mir schwer. Aber ich hoffe, dass ich den Zuhörern versucht, ein bisschen zu umschreiben. Ja, wunderbar. Mal abseits vom Sportlichen, Magdeburg, Kiel oder Mannheim. Was war und ist eigentlich für dich die lebenswerteste Stadt? Oh, das würde dem nicht gerecht werden. Ich glaube, dass alle lebenswert sind. Magdeburg als meine Geburtsstadt. Ganz klar, der ich aus Handballumfeld natürlich viel zu verdanken habe. Und ich glaube, da, wo man herkommt und herstammt, das hat immer eine ganz besondere emotionale Verbindung, die mich heute auch noch mit Magdeburg verbindet. Kiel war sportlich die erfolgreichste Zeit. Ich genieße dieses norddeutsche, vielleicht etwas ruhigere, an der Küste lebende Leben. Das habe ich genossen in der Zeit, in der bisschen Freizeit, die zur Verfügung stand. Deswegen glaube ich, diese Mentalität, das hat mir schon sehr gut gefallen. Und jetzt sage ich mal, das badische Leben ist natürlich mit einem tollen Klima, mit gutem Wein und gutem Essen und gutem Wein, die Lebensfreude. Das macht mir Spaß. Deswegen glaube ich, würde es dem nicht gerecht werden, wenn ich dort jetzt eine Priorität reinlege, sondern jede Region hat etwas für sich. Deswegen haben wir jetzt hier im Badischen unseren Lebensmittelpunkt. Unsere Kinder sind hier groß geworden, beide in Kiel geboren, hier aufgewachsen. Und müssen dann irgendwann zurück nach Magdeburg, damit sie das auch noch irgendwann mitkriegen, oder? Ja gut, wenn wir die Großeltern besuchen, dann kommen sie auch nach Magdeburg, was leider relativ selten vorkommt. Aber so haben wir dann immer wieder die Tour aller drei Stationen zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob es insgesamt trotzdem das ist, aber ich frage zur Sicherheit nochmal nach. Wir haben über das Frankreich-Spiel WM 2007 schon geredet, das Halbfinale. War das das beste Spiel deiner Karriere, oder kannst du dich sogar an noch was anderes erinnern, von deiner ganz persönlichen Leistung her, was das toppt? Naja, es waren vielleicht die zwei Spiele. Es war das Viertelfinale 2004 gegen Spanien, mit diesem Sie-Meter-Werfen, was ja auch nach zweimaliger Verlängerung ein außergewöhnliches Spiel war. Und auch da lief es sportlich für mich persönlich auch gut. Aber dadurch, dass es der größte Titel war 2007, im eigenen Land mit der Atmosphäre, zweimalige Verlängerung gegen die große französische Mannschaft, würde ich sagen, wenn ich mich auf ein Spiel festlegen müsste, dann war es das Halbfinalspiel gegen Frankreich 2007. Okay. Für dich persönlich der wichtigere Trainer, Heiner Brandt oder Nokazedarusic? Auch das würde dem nicht gerecht werden. Ich würde, naja, ich weiß. Wir wollen hier klare Kante hin. Ja, 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 aber das würde dem nicht, ich weiß, das möchte man gerne immer, das würde dem, aber das würde dem nicht gerecht werden. Ganz ehrlich, mein erster Trainer, der gesagt hat, wer geht ins Tor? Wenn es den nicht gegeben hätte, hätte ich den Weg nicht zum Handball gefunden. Die Trainer, die mich vorbereitet haben, dass ich zur Sportschule gekommen bin, wenn es die nicht gegeben hat, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Und ich habe es aber in unserem Gespräch gesagt, also der, der mir inhaltlich am meisten mitgegeben hat, sportspezifisch, das war Nokazedarusic. Ja, ja, ja. Ja, ich finde auch, diese Antworten passen auch zu dir, weil es ist, glaube ich, klar geworden, dass du ein sehr reflektierter Typ bist. Deswegen Schnellschüsse, das ist nicht klar. Nee, ich möchte, man muss es erklären immer, weißt du, ich weiß es immer gut und ich weiß, ich höre das natürlich auch immer gerne, wenn man sagt, pass auf, schwarz oder weiß. Aber so ist nun mal nicht immer das Leben und natürlich medial ist es immer interessant, sich zu positionieren. Und das ist eigentlich auch das, was ich möchte. Aber man muss es immer erklären, deswegen ist es immer nicht ganz einfach. Es würde viel Inhalt verloren gehen, wenn ich nur sage, der. Ich muss es dann auch erklären. Und deswegen, Positionierung ist wichtig, aber in der Situation kann ich, muss ich es leider umschreiben und deswegen hoffe ich, dass ich dem trotzdem gerecht werde. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob du dich da auf einen Namen festlegen kannst. Wer ist für dich der beste Torhüter aller Zeiten? Handball. Thierry O'Mayet. Wieso? Ja, weil er dieses Spiel perfektioniert hat. Natürlich in großen Mannschaften mit Frankreich. Montpellier THW Kiel gespielt hat. Und er war vielleicht nicht immer, was kein Torhüter war, über 60 Minuten überragend. Aber er war immer da, wenn es darauf ankam. Ob beim THW, mit den Franzosen, egal wo. Und dieses individuelle Spiel einfach perfektioniert zu haben, das fand ich schon sehr beeindruckend. Also er hat den Schützen dahin gedrängt, wo er ihn haben möchte. Er hat mit ihm gespielt. Und am Ende sind es trotzdem die Erfolge, die hinter dir dann stehen. Und er hat entscheidend zu diesen Erfolgen beigetragen. Deswegen die Summe, all diese Attribute, Erfolge entscheidend damit beizutragen. Und das Spiel entwickelt und perfektioniert zu haben, sind die Argumente für mich, ihn zu dem besten Torhüter für mich. Auch das ist ja wieder eine Sache, alles zu seiner Zeit. Aber wenn ich den Überblick jetzt mal nehme und du fragst mich, dann sage ich Thierry O'Mayet. Ja, wunderbar. Gab es für dich einen Gegner, wo du sagen würdest, dessen Würfe waren am schwersten zu halten? Sticht da einer nochmal ganz besonders raus? Ja, es gab mit Sicherheit einige Spieler, denen es schwierig war. Nikola Jakobsen konnte ich überhaupt nicht leiden mit seinen blöden Dreher-, Trick- und Heberwürfen. Gerade diese Außen, Johan Pettersson, ich weiß gar nicht mehr, wie er mit Vornamen heißt, Jean-Laure von den Franzosen, hat in Eisenach gespielt. Der hat bei mir von der Grundlinie, von der Würstchenbude sozusagen die Tore gemacht. Ich hatte schon Schiss, wenn der den Ball hat und wieder, der lief, wo jeder sagen würde, jeder Trainer, lass ihn werfen, der lief von seiner Position zur Grundlinie. Und ich hatte schon die Hosen voll. Das hat mich so generiert, weil ich damit nichts, da war ich auch noch relativ jung. Ich wusste aber mit dem nichts anzufangen, weil ich stand und wusste, okay, entweder kommt irgendein Mist über den Kopf oder ein Dreher. Und ich wusste nicht, ich hatte keine Mittel, was ich dagegen machen sollte. Und das hat mich natürlich genervt. Aber ansonsten, klar, gab es einige. Lazarov gab es ja einige Begegnungen. Mit dem habe ich mich auch sehr, sehr schwer getan. Also von daher gab es Nenat Pirunicic. Ich glaube, das ist das beste Beispiel. Ich kannte ihn nur von Erzählungen vom THW Kiel. Pumpe Krieter hat gesagt, ja, und der wirft dann aus der Entfernung und den Winkel. Und dann habe ich gesagt, das kann ich gar nicht glauben. Und ich glaube, 1997 haben wir mit Magdeburg gegen Irun gespielt. Und der hat tatsächlich in beiden Spielen jeweils 13 Tore gemacht. Irun hat nur Freiwurf gemacht. Pirunicic dahinter. Und ja, vielleicht war die Strategie, die wir da gefahren sind, was Abwehr und so weiter angeht, nicht die beste. Aber ich hatte gegen den keine Chance. Und auch da, 1997 war ich noch relativ jung. Da war vielleicht der Respekt dann auch einfach zu groß, den ich vor dem großen Nenat Pirunicic hatte, um da entsprechend diese Gelassenheit zu haben, diese Bälle zu parieren. Aber er war wirklich ein Ausnahmehandballer zu der damaligen Zeit. Einen haben wir noch für Hand aufs Harz. Beim nächsten großen Turnier, das Deutschland spielen wird, welches auch immer das dann ist, ist ja heute alles ein bisschen unsicher. Welches Tor in der Duo würdest du da eigentlich mitnehmen? Stand jetzt natürlich immer gerechnet. Also ich denke, dass Andy Wolf, hätte ich jetzt mal gesetzt, in den letzten Jahren hat er sich eigentlich aufgrund seiner sportlichen Fähigkeiten, auch wie seiner, er hat eine besondere Aura, möchte ich es mal sagen, die im Tor auch wichtig ist. Ich glaube, die bringt er auf jeden Fall mit, im Tandem mit. Ja, ich glaube, wir haben viele junge Talente, die gut sind, die sich durchsetzen werden. Christopher Rudeck halte ich für einen sehr guten... Vom BRC würdest du jetzt schon reinwerfen? Ja, das heißt jetzt so ganz jung. Ich meine, der hat beim BRC gute Leistungen gebracht. Und dass jetzt schon einige, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre jetzt er da ist, aber der hat jetzt schon einige Jahre konstant gute Leistungen gebracht. Und so einem Jungen dieses Vertrauen zu geben, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich halte es auch immer für ganz gut, so eine gewisse Balance herzustellen, weil, wie ich es angedeutet habe, Andy ist ja von seiner Art jetzt auch vielleicht nicht so ganz einfach, ihm jemanden mit an die Seite zu stellen, der vielleicht seine Position nicht in Frage stellt, aber leistungsmäßig ihm gut zu Gesicht stehen würde. Weißt du, also wieder Hierarchie, Hierarchie ist klar, der Junge, der ist heiß und ist dabei, wenn er reinkommt, Vollgas, gibt er alles. Andy Wolf als gesetzt Nummer eins, gibt ihm auch entsprechend diese Sicherheit, diese Position der Nummer eins spielen zu können. Könnte ich mir vorstellen, wäre eine gute Konstellation. Also, das wäre aus meiner Sicht eine Option, aber nichtsdestotrotz, wir haben so viele gute Torhüter, die in einem besten Torhüteralter sind, Dario Quenstädt beim THW Kiel, sich sehr gut entwickelt. Und da gibt es mit Sicherheit noch einige andere Namen, die ich jetzt im Moment gerade aktuell jetzt nicht auf dem Schirm habe, weil ich sie leider nicht aktiv sehe, jedem Spieltag. Ja, 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 genau, wir wissen es ja gar nicht. Da geht das dann manchmal schnell verloren. Aber wie gesagt, da haben wir... Mal gucken, ob Heine nochmal ein großes Comeback gibt oder Jogi sein Abschutztionier kriegt und so, gibt ja viele Gedankenspiele. Auch da, wie gesagt, Jogi hat ja bekundet, dass er zur Verfügung steht. Da natürlich auch, und das war ganz interessant zu sehen bei der EM jetzt, Jogi dankbar für die Chance nochmal zu spielen, Andi entsprechend als klare Nummer eins zu sehen und überhaupt nicht im Wettbewerb, also, wie soll ich das ausdrücken, also nicht dem zu neiden, diese Position, sondern wenn ich komme, gebe ich alles. Und Jogi hat ja einige Superspiele abgeliefert bei der EM. Von daher wäre das auf jeden Fall auch nochmal eine gute Konstellation. Das heißt, wenn Jogi zum nächsten Turnier fit wäre, auf jeden Fall eine Option, weil, wie gesagt, heutzutage ist Alter nicht entscheidend, sondern wie fit bist du. Und Jogi hat in den letzten Jahren in Stuttgart überragende Leistungen gebracht. Von daher ist er natürlich absolut eine weitere Option neben Andi Wolf. Ja, beim Alter muss ich mal an Carsten Lichtlein denken. Der geht gefühlt auf die 50 zu und spielt immer noch. Ja, der hat einige Rekorde gerissen, der Lütti. Also Hut ab vor dem, was er da in den letzten Jahren abgeliefert hat im Verein und auch Nationalmannschaft. Tolle Karriere. Henning, eine allerletzte Frage noch zum Schluss. Danke ich dir schon mal sehr für deine Zeit. Wen würdest du uns denn mal als Gast empfehlen? Wen sollten wir mal einladen in Hand aus Harz? Das ist immer die obligatorische letzte Frage. Ja gut, ihr habt ja da entsprechend Handballer nur. Es werden ja nur Handballer gefragt. Dürfte auch außerhalb des Handballsports sein. Sollte halt irgendeinen Bezug zum Handball haben. Aber theoretisch wäre auch ein Nicht-Handballer möglich. Okay. Oh, jetzt hast du mich natürlich getroffen. Also da jetzt die richtige. Weil es gibt ja einige Sportler, die auch einen Bezug zum Handball haben. Jetzt natürlich sofort den parat zu haben. Es wäre mal interessant, aus anderen Sportarten, was für einen Blick sie auf den Handball haben. Da jetzt sofort den Griffbereit. Aber das ist ja auch schon mal ein Anwalt. Ich glaube, Robert Harting zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob der eine Option ist. Der hat ja auch mal bei einem Benefizspiel, ich glaube in Nettelstedt, Lübeck, hat der ja mal mitgespielt. Und ich weiß, der, auf den er Densimeter geworfen hat, der stand da und hatte Angst. Und dann kam da so ein, ich sage mal in Anführungszeichen, so ein laues Lüftchen. Weil er natürlich nicht diese Technik hatte, den Ball ja im richtigen Moment loszuwerden. Ich meine, rein von der Kraft würde der höchstwahrscheinlich das Netz hinten kaputt schießen. Aber du siehst, die reine Kraft reicht nicht aus und du brauchst ein bisschen Technik dazu. Ich sage mal, vielleicht aus seiner Perspektive den Blick auf den Handball zu sehen. Das könnte ich mir gut vorstellen, der ja auch in einigen sozialen Projekten dort eingebunden ist. Ja, wäre vielleicht Robert Harting, der ja auch eine oft recht kontroverse Sichtweise auf Sport und auch Verbände hat. Könnte ich mir vorstellen, wäre ein ganz interessanter Gesprächspartner. Ja, super. So, Henning, jetzt sind wir lange geworden. Deswegen ein riesen Dankeschön an dich. Da war echt viel drin. Mir hat es riesigen Spaß gemacht und ich hoffe, dir auch ein bisschen. Auf jeden Fall. Natürlich, die eigene Karriere nochmal Revue passieren lassen. Das macht immer Spaß. Deswegen, Interview hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, den Fans und Zuhörern auch. Und ja, freue mich dann, das in fertiger Version zu hören. Das machen wir so. Das machen wir so. Tausend Dank dir. Alles Gute. Wir kommen gut durch diese etwas komische Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald in irgendeiner Handballhalle mal wieder. Vielen Dank dir und allen anderen. Viel Gesundheit und hoffentlich bis bald. Ciao. Dankeschön. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder so lange dabei wart bei Hand aufs Herz. Gerne abonnieren. Gerne teilen. Erzählen, dass es dieses Format gibt. Und dann tragen wir den Handball zusammen in die Welt raus. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020